Natur-Urin-Rückblick 2021 Eigentlich wollte ich dieses Video am 31.12. fertig bekommen, aber weil dieses Video so viel Aufwand gekostet hat und ich gelegentlich ein paar Tage weg war zu Besuch und so weiter, aus Gründen von Besuch, konnte ich einfach nicht schneiden und deswegen hat das so viel Zeit gekostet. Aber jetzt ist dieses Video endlich online und so weiter. Und das wird mein längstes Video werden, das ich jemals gemacht hatte. Ursprünglich wollte ich eine Best-of-Natur-Urin-Kompilation machen, die eine ganze Stunde lang geht, aber von diesen ganzen Zusammenstellungen ist mir aufgefallen, dass die Aufrufzahlen einfach zu instabil sind. Ich dachte mir stattdessen lieber ein Jahres-Rückblick-Video zu erstellen, worin ich alle Wanderungen mit Übernachtungen, die ich 2021 durchgeführt hatte, in Kurzform in einem Video zusammenzustellen. Die einzige Videoserie, die ich nicht mit hier reingebracht habe, ist die Heidschnuckenweg-Wanderung, weil mit 13 Teilen ist er einfach viel zu lang, viel zu stabil und so weiter. Das würde dann das Video hier viel, viel zu lang machen. Also noch länger als viel zu lang. Ich glaube, das Video wird schon zu lang. Und genau, wenn ihr das noch nicht geschaut habt, dann schaut euch mal die Playlist an. Die werde ich dann im Abspann verlinken. Aber bevor der Jahres-Rückblick jetzt gleich startet, werde ich jetzt einmal rausgehen und ein paar Bier-Powers machen gehen. Ich bin jetzt draußen und werde hier unter dieser Erdballbrücke entspannt ein Bier-Shirt nehmen. Ich grüße euch, Oskar K. und Yannick. Vielen Dank für die Piper-Donation, Oskar. Ich grüße dich, Sebastian K. Ebenso vielen Dank für die Piper-Donation. Und ich wünsche euch alle nachträglich frohe Festtage. So, jetzt Video Start kommt. Ich habe den voll versifften Bahnhof jeweils Brück gefunden. Und jetzt dort reingehen. Und je tiefer ich in diesem Bahnhof drinnen bin, desto mehr Urin gerucht kommt. Hier, der dreckige Zug kommt an. Jetzt einsteigen. So, hier vorne ist dieser Edeka. Ne, nicht Edeka, sondern E-Center heißt das. Da sind wir. Und jetzt erstmal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, wir sind gerade einkaufen gegangen. Und hier, ich habe zwischendurch, damit ich mehr Platz im Magen habe, eben gerade dieser E-Center so was von voll geschissen. Das habe ich wirklich gemacht. Hier, guckt mal. Der Zug fährt. E-C oder wie das heißt. Der fährt hier rum. Der ist gerade hier rumgefahren. Habt ihr das gesehen? Leute, es ist soweit. Ich bin endlich auf Scheiße getreten. Und war ich auf Scheiße getreten bin, muss ich hier diese Scheiße auf dieses unschuldige Gras hier dran schmieren. So, ich glaube ich habe gerade Scheiße Entfernung gemacht. Erfolgreich. Guck mal, da drüben ist ein Vollfettstorchennest. Also dieser Nest hinter mir. Das ist ein Vollfettstorchennest. Guck mal was ich gefunden habe. Das sieht voll cool aus. Das erinnert mich an die alten Dorfzeiten. Riecht wie zu Hause, was? Ja. Scheiße Becken gefunden. Scheiße Becken. Becken mit Scheiße drin. Wir haben Scheiße Becken gefunden. Und das hier vorne, das ist so ein richtiger Durchfallbecken. Weil der so groß ist. Der ist so hoch, dass es noch nicht mit meinem Selfiestick da rein filmen kann. Hier, wir haben Dörrpferden gefunden. Da sind wir gerade jetzt. Beer Power. Und hier, guck mal, meine ganzen Beine sind so warm und sowas. Und das nervt mich. Und deswegen werde ich jetzt meine Beine hier ein bisschen rum abkühlen. Mit dem Schnee. Also dieser Holzstapel mit Holzbalken. Kennt ihr dieses Holzbalken Video? Ich spiele euch das mal ab, das habe ich früher gemacht. Holzbalken gefunden. Holzbalken. 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 Noch mehr Holzbalken. 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 Schwarz. Schwarz. Ich habe euch dieses Holzbalken Video abgespielt. Hehehe. 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 So, das hier. Also diese Ruine hier vorne. Das ist unser Schlafplatz. So, ich werde jetzt erst mal mit ganz viel Mühe mein Wurfzelt aufbauen. Hehehe. 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 Das riecht irgendwie voll scheiße. Irgendwie so billig und sowas. Das riecht irgendwie nach richtig billigem Hähnchenfleisch. Der so richtig billig ist und scheiße schmecken gut. So. Und hier. Marvin. Der macht hier in dem Lagerfeuer sein Fressen warm. Dieser Fressen ist schon ganz geil. Aber ich finde, wenn das Fleisch Rindfleisch oder Schweinefleisch wäre. Das wäre auf jeden Fall dann um, ähm, um, um, das wäre auf jeden Fall besser als, ähm, Hähnchenfleisch. Weil ich finde diese Frikadelle, die schmeckt irgendwie so, 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 so richtig billig irgendwie. Äh, hier. Ich habe heute meinen allerersten Instagram-Post gemacht. Von jetzt gerade. Von dem, dass wir, äh, hier rumschlafen. Ähm, bei, ich glaube, um die 0 Grad haben wir jetzt gerade. Warte. Ja, hier. Hier. Das hier, das ist mein Zelt. Und so sieht das von, so sehen meine ganzen Zeltinnereien aus. Ich habe natürlich wieder meine paar Grabkerzen, Grableuchten hier drin. Und hier, äh, seht ihr diese ganzen Temperaturen, die hier am Handy stehen? Äh, wir haben jetzt gerade gleich 11 Uhr. Äh, da steht irgendwas von minus 2 Grad oder so drauf. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Gepost. Äh, Gepost. Äh, guck mal, dieser Feuerholz, ähm, der brennt viel zu schnell. Wir haben nur noch, glaube ich, diese 3 hier vorne. Das hier. Und das hier. Ähm, das heißt, wir müssen, wir müssen gleich neu machen. Äh, neues Feuerholz suchen und, ähm, und, ähm, zersägen und so eine Sachen. Das hier, Gesetze, das sind drin. Das hier, Herr, das, der oder die researcher Stur ludzi. Ai, oi, 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 oi. Jetzt hier Glühwein trinken. Hier, Marvin hat Bier aufgemacht. Und hier, ich habe noch einen Pullover dabei. Den benutze ich als Kopfkissen. Das mache ich jetzt. So, meine ganzen Zeltinnereien sind ausgeschieden. Jetzt werde ich mein Wurfzelt zusammenbauen. Ich habe mein Wurfzelt zusammengebaut. Jetzt diesen Schmiertopf hier drauf tun. Und jetzt hier Leitungswasser. Und jetzt hier ein Kaffeepad hier reinschmeißen. Und jetzt warten bis Blasen kommen. Und wenn Blasen kommen, dann Kaffee ein bisschen umrühren. Und wenn das passiert ist, dann warten bis das Wasser braun wird. Und dann kann man das irgendwann trinken. So, ich habe gerade mal einen Kaffee ausgetrunken. Ganz in Ruhe. Guck mal. So sieht diese Ruine aus, wo wir drin gepennt haben. Also, da drin haben wir heute übernachtet. Das war chillig. Ja, genau. Das sollte ein Kohlekraftwerk oder sowas gewesen sein. So, wie es hier drauf steht. Da haben wir drin gepennt. Marvin hat sich hier im Loch umgeschaut. Und jetzt ist er am rausklettern. Ich habe hier ein geschmiertes Käsebrot, was ich zu Hause geschmiert habe. Ich glaube, ich werde den jetzt zum Frühstück ein bisschen fräsen. Google will, dass wir über diese Gleisschienen rüberlaufen. Also, das hat uns da hingeführt. Oh, scheiße. Hier, mein Müllsack ist abgerissen. Das heißt, ich muss jetzt einen neuen Müllsack rausholen und diesen ganzen Müll aussammeln. Ich habe jetzt zwei Müllsäcke, weil einer ist, da ist zu viel Gewicht drin. Weil wir so viel Bier getrunken haben. Deswegen ist das zu viel Gewicht für einen Sack. Und deswegen habe ich das Gewicht jetzt in zwei Säcken unterteilt. Und jetzt hoffen, dass wir irgendwann mal so einen Scheißmülleimer finden, damit wir das wegschmeißen können. Weil der Nerv, wenn der auf dem Wagen drauf ist. Wir sind gerade im Walde. Und hier, Treheppe gefunden. Mit Gang drin. Scheiße, mein, mein, hier, wie heißt das nochmal? Mein Akku von meiner Lampe ist alle. Und deswegen, weil ich den nicht anbekommen habe, werde ich da jetzt nicht reingehen. Weil dann seht ihr gar nichts. Nee, endlich Mülleimer gefunden. Jetzt können wir unser verschmierter Müll reinpacken. Ich habe Müll reingepackt. Wir haben den vollverschmierten Dörrpferden gefunden. Jetzt werden wir da durchlaufen. Endlich wieder Bier trinken. Ihr könnt das nicht sehen, aber... Naja, ich sehe ja auch nichts, aber... Aber hier, hier fließt diese Scheiß... Diese komische Aller, ähm... Die Aller schwimmt hier, äh, drunter. So, äh, hier... Äh, der Scheißzug steht hier schon. Hahaha. Das heißt? Ähm, wir können hier schon reingehen im... Im... Zug. Und dann später... Nee, und gleich fährt der Zug sogar. Bier-Power. Ich habe diese Stange gebier-Powered. Ja, und jetzt muss ich diese Scheißtreppe runterlaufen. Man sieht, hier ist überall Schnee und sowas. Und ich habe hier in Bremen noch nie so viel Schnee gesehen. Weil ich glaube, daran, aufgrund dieser ganzen Abgasen, ist hier die Luft normalerweise immer wärmer. Das spürt man total, dass das hier... Dass die Luft hier schlechter ist und wärmer. Boah. Jetzt bin ich hier... Hahaha. Jetzt bin ich hier weggerutscht. PC. Und jetzt, wo ich hier in Bremenburg angekommen bin, ähm, Marvin suchen und finden. Boah, guckt euch an, wie dieser versüchte, dreckige Zug hier herbeifährt. Äh, jetzt steigen wir hier ein. Wir haben den voll verschmierten Real gefunden. Äh, jetzt werden wir dort Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Äh, so, ich hab mir gerade neues Bier aufgemacht. Und jetzt laufen wir nach da lang. Das machen wir jetzt. Wir laufen, äh, über so eine Brücke. Also da, wo hier Autos und sowas langfahren. Äh, da laufen wir jetzt gerade rüber. Äh, ich habe gerade gepinkelt. Und, ähm, jetzt sind wir noch weiter am Bier trinken, weil ich habe noch mehr Platz im Magen. Deswegen geht das. Bier Power. Äh, ich habe ja gerade Bier Power gemacht. Guck mal, mein Rad eiert. Dieser Rad eiert auch. Guck mal, wie das da hinten aussieht. Wisst ihr, wie das da hinten aussieht? Das sieht aus wie, wie so ein Hafen oder sowas. So sieht das aus. So, da, da ganz hinten, das ist die Nordsee oder wie das heißt. Und, äh, und da hinten, da sind diese Schiffshafen, Hafen, ja, so sieht das aus. Das ist Schiffshafen mit, wo ganz viele Container und so weiter rumgeschoben werden. Das ist da hinten. Äh, mein Rucksack, der glänzt und so weiter. Äh, seht ihr das? Da kommt Eis dran und so. Marvins Kamera sieht, äh, hier so aus. Äh, mit, äh, Mikrofon. Sieht, äh, schön gefrostet aus. Deine Kamera sieht auch nicht viel besser aus. Ja, ich weiß. Das hier ist bis, ähm, 2004 abgelaufen. Das hier ist ein Lost Place. Dieser, äh, Militärgebäude. Und hier werden wir heute pennen. Irgendwo hier, auf diesem Gelände. Guckt euch mal diese Eisbrocken an, aber ein Rad. Mein Eis ist voll, äh, mein Rad ist voll vereist. Meine Kohlenrolladen, äh, warm machen. Und das zu fressen mit diesen, mit diesen vergammelten Brötchen hier. Die werde ich dann zum Dippen benutzen. Äh, guck mal. Langsam Blasen kommen. Das heißt, dass mein Frässen gleich fertig ist. Und, ähm, das Fressen ist doch noch nicht fertig. Da sind noch, ähm, hier, wie heißt das nochmal? Erkalte Stellen dran. Die nerven mich. Deswegen habe ich das schon wieder drauf gemacht. Jetzt ganz viele Blasen kommen. Und jetzt kocht das richtig. Und weil das richtig kocht, gehe ich davon aus, dass das fertig ist. Und dass ich das jetzt frässen kann. Mh, das ist schön. Das ist schön? Die Kohlenrolladen schmecken scheiße. Äh, hier, guck mal. Äh, wir haben das hier, äh, angemacht. Und deswegen benutzen wir das, um uns so ein bisschen warm zu halten. Und vorhin hatte ich diese beiden Seiten ein bisschen zu dicht am Feuer, äh, dran gehabt. Und dann ist hier, ähm, und dann ist das hier weggeschmort, so ein paar Haare von mir. Ich habe mich schon wieder an diesem Spirituskocher, ähm, verbrannt. Und zwar hier, meine Haare. Die sind schon wieder weggeschmolzen, davon. Und jetzt, wenn die kommt. Also diese hier. Die sind weggebrannt. Ein bisschen Haaregeruch. Das kommt vom Bierkling. Äh, hier auf dem Boden schlafe ich. Ich hatte mir zwar überlegt gehabt, äh, hier. Zu schlafen. Aber hier liegt zu viel, äh, Vogelscheiße. Und deswegen habe ich keinen Bock, ähm, hier zu schlafen. Äh, hier. Ich habe heute in Marivins ausgeliehenen Schlafsack gepennt. Und nach ein paar Stunden, ähm, bin ich frierend aufgestanden. Und dann musste ich pinkeln gehen. Und beim Pinkeln gehen ist mir dann eine Idee eingefallen. Und zwar dachte ich mir, dass ich mal einen anderen Schlafsack, den ich auch noch dabei hatte. Manchmal ein Sommerschlafsack. Dass ich den anziehe. Und dann, und dann mit diesem Schlafsack in Marivins ausgeliehenen Schlafsack, äh, äh, hereingehe. Dass ich mit, äh, zwei Schlafsäcken pennen tue. Und das hat, das hat gut genutzt. Also das hat geholfen nicht zu frieren. Und da konnte ich gut schlafen. So, ich habe gerade Zähne geputzt. Und jetzt zeige ich euch eine Toilette. Hier vorne ist eine Toilette. Und, äh, dieser Eis von gestern, was da immer noch ein Ratz dran war. Der ist immer noch dran. Das heißt, ich könnte immer noch nicht so richtig schieben. Das ist voll scheiße. Heute, äh, da drüben in diesem Gebäude, da haben wir gepennt. Also nicht, äh, da drin, sondern dahinter irgendwo. Da haben wir gepennt. Dahinter ist so ein Eingang und da war unser Zimmer. Unser Schlafzimmer. Bierpower. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, ich bin jetzt aus diesem Bahnhof ausgelaufen. Und auf dem Fußweg nach Hause. So, jetzt Wanderungsstart kommt. Äh, ich bin draußen. Und jetzt, äh, hier zum nächsten E-Center hinlaufen. Und, äh, wenn ich da angekommen bin, dann erst mal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, ich bin jetzt bei diesem befeuchteten E-Center. Und jetzt werde ich Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Ich bin, äh, bei dieser Weserweer, äh, angekommen. Weil da, wo Wasser runterfällt. Ihr seht, dass hier dieses Wasser hier runterfällt? Das ist die Weserweer. Da ganz hinten, da ist, äh, hier Rohr mit Dampf oben drauf. Da, das ist da ganz hinten. Ich laufe Biertrinken durch Haarmhausen durch. So, ich hab hier eine Sparkasse gefunden. Und ich werde jetzt erst mal Geld herunterladen. Heute ist so voll cool Wetter. Ja, das ist sogar gerade kurz, seit ich meinen, äh, Scheiß-Pullover ausgezogen habe. Extra so, um so ein bisschen mehr Sonne, äh, hier auf meiner Scheißhaut, äh, hier D3-Schäferung drauf zu haben. Weil D3 ist, äh, hier hat das muss sein. Das hat so zu sein. Das ist Gesundheit. Äh, hier, ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin jetzt gerade hier bei diesem Ochturm-Park angekommen. Ich hab da noch ein Video, wo man da wieder teist. Uiuiui, ey, guck mal wie schmalzig und schmierig mein, äh, hier Rad aussieht. Der sieht richtig schmalzig und schmierig aus. Als ob da ganz viel Dreck dran wäre und sowas. Mit Schmutz dran und noch mehr Dreck. Genau, hier, ja, mit Schwarz-Dreck. Äh, so sieht das aus. Mit, äh, hier, mit meinem Rad. Äh, das hier, das ist, äh, hier, der im Horster-Hool ab. Und ich werde da erst mal, äh, Nachschub holen. Oh, Scheiße. Äh, hier, guck mal, da ganz hinten ist, guck mal, gleich Dunkle kommt. Also bald, weil da ganz hinten, äh, kommt Sonnenuntergang oder, ja. Ja, genau, das kommt. Ich weiß nicht, wohin mit mir und, äh, deswegen laufe ich irgendwie nach, äh, Richtung Gadakasee zu. Äh, ich bin jetzt gerade zwischen Delmhorst und Gadakasee oder wie das heißt. Ich habe hier gerade eine Schutzhütte gefunden und, äh, hier, da ganz vorne, da ist Dorf. Also da ganz hinten, da, da sind Häuser, wo, wo Dorf ist. Mein Schlafplatz ist einsatzbereit. Und, äh, jetzt werde ich erst mal, ähm, hehehehehe. So, und darauf, dass ich erst mal Schlafplatz gefunden habe, werde ich jetzt erst mal, äh, Frühessen machen. Und hier, zu Scheiße, diese Frikadellen sind zu fett für zwei. Deswegen mache ich da erst mal eine Frikadelle drauf. Ähm, Sauerkrautsalat oder so. Äh, hier in diese zwei Brötchen rein, die ich hier gerade, äh, geschnitten habe. So, und darauf, dass jetzt, äh, hier diese erste Brötchen fertig ist, äh, kommt jetzt, äh, hier, ähm, wie heißt es nochmal, äh, hier, Hamburger Soße drauf. Das hier, das sind, äh, ich glaube, Schweinefrikadellen oder, oder Rind, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und beim letzten Mal hatte ich, äh, Hähnchenfrikadellen gehabt. Und die Hähnchenfrikadellen, die fand ich nicht so lecker. Ja, und, äh, von daher, ähm, finde ich diese hier richtig voll cool. Äh, das schmeckt mir und so weiter. Warte, genau, genau, hier, hier, hier ist, ähm, mein Schlafsack. Mein neuer, den ich heute zum ersten Mal, äh, ausprobieren werde. Oh, Scheiße, jetzt ist mir dieser, von diesem Krautsalat, ähm, der nicht so richtig dicht war, weil ich das schon offen hatte, äh, dieser Wasser, dieser, dieser Saft, dieser Krautsalat-Saft, äh, ausgelaufen. Ähm, ja, das ist rausgefallen und sowas. Und das hat die ganze Zeit meine ganzen Sachen, äh, gespritzt. Und jetzt riechen ein paar Sachen von mir nach Krautsalat. Die sind ein bisschen nass geworden davon, von diesem Spritzer von diesem hier. Und genau so, mit diesem Krautsalat-Duft werde ich heute jetzt schlafen. Guten Morgen, ich bin auferstanden. Äh, es ist jetzt hier, äh, 7 Uhr, äh, 23. Und, äh, hier, guckt mal, mein Thermometer zeigt hier, äh, 3 Grad an. Genau hier hat der Natururin geschlafen heute Nacht. Hahaha. Äh, hier, wenn ich mich erinnern kann, habe ich gestern gezeigt gehabt, dass, äh, dieses Ding hier ausgelaufen ist. So, ich habe das ja aufgewacht und, und irgendwie geht das nicht so richtig zu. Und es ist in meiner Tasche ausgelaufen, mit meinen ganzen Klamotten und, ach, halt die Fresse. Ähm, hier, ähm, mit den ganzen, wie heißt es doch mal? Ähm, meine ganzen Ersatzsachen. Jetzt Socken und so, die, die stinken alle nach, nach hier, nach Krautsalat. So, ich habe das zugetapt und ich hoffe, dass dieser, äh, hier, dass dieser Krautsalat nicht weiter ausläuft und meine ganzen Sachen zerspritzt und, ähm, und hier Krautsalatgeruch rausmacht. Äh, werde ich das erst mal aufmachen, um zu prüfen, wie sich das da unten bewegt. Und guck mal, ganz viel Blasenkopf. Ich glaube, da ist, ähm, hier, ähm, genug schwarze Durchfallfarbe durch den, äh, Kaffee durchgekommen. Ähm, ne, äh, durch das Wasser meine ich jetzt. Damit das so aussieht, wie das so aussieht. Jetzt Wanderung start, äh, ja, jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. So, ich habe hier gerade meine Jacke und meinen zweiten Pulli ausgezogen. Und der hier dran gehangen, auf meinen, äh, scheiß Wagen. Äh, weil hier, wegen, wegen, guck mal, da hinten, da ist Sonne und so. Ja, ja genau, da hinten ist Sonne. Da. Und der wärmt, das finde ich gut. Also, sprich, diese, diese Frische vom Luft, äh, was hier 3 Grad gemacht hat. Die ist weg, die ist weggelaufen. Endlich haben wir schon wieder, äh, so ein voll cool Wetter, äh, dass es genauso rumlaufen kann, wie ich rumlaufen wollte. Äh, hier ohne diese nervigen Pullovers und sowas. Das finde ich voll cool, ich mag das. Äh, damit hier, äh, endlich wieder der D3 Shepard. Äh, hier, guckt mal, äh, guckt euch mal einen Wagen an. Wie, wie, wie so ein, ja, äh, hier zum, zum Wandern geeignet. Das sieht aus wie ein Kopf. So, äh, hier, äh, ich hab mein Schlafplatz hier aufgebaut. Äh, hier in dieser, äh, Bushaltstelle, wie das heißt, genau. Und, äh, zu dieser Frischadelle, ähm, äh, kommt noch mal Hamburger Soße drauf. Genau. Oh, scheiße, jetzt ist mein Schatz, Frischadelle auf diesen dreckigen Scheißboden draufgefallen. So, ich denke mal, dass ich, äh, hier, genau, genau, hier in dieser, dieser, äh, Ratzingen Bushaltestelle, äh, mit der vorne, wo, äh, hier, dieser, dieser Briefkasten da ist. Von der, von der Post, wo, wo ständig irgendwie Autos dran vorbeifahren und wo jemand aussteigt, um irgendwie seine Post da abzugeben. Ich werde jetzt hier in dieser, dieser, äh, Bushaltestelle schlafen. Äh, guten Morgen. Ich bin auferstanden. Es ist jetzt, glaube ich, halb acht oder so. Hier kommen ganz viele LKWs und Autos vorbei und so weiter. Die haben mich den ganzen Tag genervt und wachgehalten. Ich hab heute Nacht nicht so gut geschlafen deswegen. Also heute Nacht war, weiß ich nicht, alle paar Minuten kam ein LKW oder so vorbei, oder so vorbei. Und jetzt kommen hier ganz viele LKWs und so, äh, vorbei, die hier rumfahren. Die haben die ganze Zeit genervt und so. Das war voll scheiße. Das war voll nervig mit den ganzen LKWs und Autos und so, was hier rumfährt. Das hat die ganze Zeit Krach gemacht und mich wachgehalten und so. Also seit vier Uhr morgens war das hier ganz schlimm irgendwie. Die ganz vielen Fahrzeugen. Hier, guck mal, Blasen kommen. Das heißt, ähm, Kaffee kocht. Und da werde ich, ähm, ich glaube, ich werde mir, doch nochmal einen letzten Träger kaufen gehen. Ähm, ja genau, Bier. Ich habe gerade Bier gekauft. Das heißt, ich werde gleich Bier trinken. Das würde ich gleich machen. Wirklich. So, ich bin auf dem Bahnsteig und der verschmierte Zug kommt an. Und, äh, ich werde da jetzt einsteigen und dann gleich nach Bremen fahren. Ja, ich bin, äh, in Bremen-Seewaldsbrück angekommen. Und jetzt, ähm, ganz stressig diesen, diesen, diesen Wagen hier runterschieben. Und dann nach Hause laufen. Ähm, hier, guck mal, guck mal da. Da vorne ist dieser, äh, dieser, dieser ranzige Bauhaus, wo ich mir letztens diese Scharniere gekauft habe. Da laufe ich gerade dran vorbei. Genau, aus diesem, von, durch diesen Bauhaus laufe ich gerade vorbei. Äh, hier. Äh, das hier vorne, das ist eine Vollfettkreuzung. Und das da vorne ist auch eine Vollfettkreuzung. Äh, Bruder gefunden. Jetzt auf den Zug warten und dort dann einsteigen. Wir sind, äh, hier in Hannover angekommen, weil hier diese Umsteigezeit, äh, länger dauert. Sind wir erst mal draußen und, äh, erst mal diese dreckige, schmierige Maske abziehen. Äh, guck mal, wie schmalzig und dreckig und widerlich mein Bart aussieht. Wegen, wegen dieser versifften, äh, Maske. Das nervt mich. Aber jetzt, aber jetzt gibt das Zeit, äh, zum, ein Bier trinken. So, Bier ist ausgetrunken. Jetzt diese, ähm, versiffte Maske wieder anziehen. Und dann hier diesen Umsteigzug erwischen. Das nervt. Guck mal, da ganz hinten, da ist der erste Harzberglandschaft. Guck mal, da drüben. Da ist noch mehr, äh, Harzberglandschaft. Seht ihr das? Guck mal, da vorne ist noch mehr Berglandschaft. Ähm, also Berglandschaft von Harz. Das ist da vorne. Finde ich gut. Äh, jetzt, äh, hier, umsteigen. Ähm, wir haben nur fünf Minuten Umsteigzeit. Das haben wir jetzt. Oh, scheiße, der, der Umsteigzug ist gerade, vor unseren Augen abgefahren. Das heißt, wir machen hier erst mal Bierpause. So, hier, äh, unser versiffter Scheißzug kommt an. Wir werden da jetzt einsteigen. Genau, das machen wir jetzt. Guckt euch den mal an, wie freundlich der hier angekommen ist. Wir sind denn hier, äh, wie heißt das nochmal, Nordheim, oder so heißt das. Hier, der verschimmelte, dreckige Scheißzug steht hier schon. Wir müssen, wir werden jetzt hier einsteigen. So, äh, hier, letzter Umstieg. Hier, dieser Ortschaft hier. In Herzberg am Harz, oder wie das heißt. So, wir sind angekommen. Äh, hier, in Osterode. Genau. Und jetzt kann ich endlich den Scheißding hier rausziehen. Und damit ihr hier meinen hässlichen Bart ansehen könnt, der die ganze Zeit so scheiße aussieht. So richtig ekelhaft und verschmiert und, und, ähm, so, so ungewaschen. So sieht das aus. Mit irgendwelchen Bakterienplack dran geschmiert. Genau so. Wie die ganzen vielen Atmen und so weiter. Weil das so flüssig und nass ist und so feucht und, und so. Aber jetzt sind wir endlich da. Und darauf kann man gleich erstmal ein Bier trinken. Ähm, mein Bruder hat Probleme mit seinem Wagen. Ähm, der geht hier die ganze Zeit kaputt und so weiter. Der bricht irgendwie zusammen, dass der, dass das hier wegknickt. Das ist voll scheiße. Ich repariere mal den Wagen von meinem Bruder. Ähm, mit so einer Kabelbinder. Da mache ich zwei Stück ran. Das habe ich jetzt hier an dieser Seite gemacht. Und, äh, an dieser Seite. Und jetzt dürfte das eigentlich funktionieren. Und jetzt hält er. Äh, hier. Ich schneite die ganze Zeit und so. Äh, hä, 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 hä. Schnee, hä, hä, hä. Währenddessen wir hier auf diesem, äh, Weg da hinten hochlaufen. Genau. Dieser ganze Schnee, äh, fliegt uns die ganze Zeit, äh, in die Fresse rein und sowas. Äh, so, weil langsam dunkle da ist, habe ich gerade mal eine Kopflampe angemacht. extra, damit ich uns den Weg beleuchten kann. Wenn ich ein bisschen Schieben tue, dann kommt der ganze Schnee wieder dran und dann stockt der Reifen. Das heißt, ich muss die ganze Zeit mit Reifen, die sich kaum bewegen, schieben. Das ist schwierig. Wir haben hier eine Schutzhütte gefunden, oder wie das heißt. Hier werden wir heute Nacht eine Übernachtung starten. Das machen wir heute. Hier, der Tee brennt. Der hat gerade gebrannt, also der hat gekocht. Den lasse ich dann noch weiter so ein bisschen so machen und damit, damit man schwarz kommt. Aber in der Zwischenzeit werde ich das ja jetzt fressen. Ich muss sagen, das schmeckt wie Fertiggericht. Hier ist mein Thermometer. Der zeigt diese Temperatur an. Hier, minus 3, minus 4 Grad sogar. Ja, minus 4 Grad stand da eben gerade drauf. Habt ihr das gesehen? Dieser Sprung zum minus 4 Grad? Und hier, guck mal. Wie immer habe ich meine Alljahreshose an. Und dieses Mal mit diesen Schuhen, wo ganz viel Kälte reinkommt. So, wir schlafen jetzt bei dieser Kälte ein. Gute Nacht bis morgen, glaube ich. Ich habe Durst. Aber hier, guck mal, mein scheiß Wasser ist hier eingefroren. Das nervt mich. Hier, da ist ganz viel Eis und sowas. Hier habe ich geschlafen. Und hier hat mein Bruder geschlafen. Genau. Und das hier war ein Tisch, wo wir gekocht haben und so weiter. Kaffee ist langsam fertig. Jetzt in die Tassen reinstellen. Guck mal, da vorne ist so ein voll cool Ausblick. Das sieht voll hübsch aus und sowas. Hier. Äh, Lift, Lift gefunden. Genau. Das ist da hinten. Lift. Äh, guck mal. Da ganz hinten, da ist dieser Brocken oder wie das heißt. Ähm, also glaube ich, dass, dass der Brocken ist. Ähm, aber mir doch egal, ob ihr ihn seht oder nicht. Aber Hauptsache, wir sehen den. Also diesen Brocken da ganz hinten. Aber darauf erst mal ein Bier trinken. Bier Power. Äh, hier. Ein Vollfettrad. Äh, Rad mit ganz viel Fett dran. So sieht ein Vollfettrad aus. Weil der so fett ist. Wir hatten den voll verschmierten Netto gefunden. Jetzt werden wir da Bier und noch mehr Sachen einkaufen gehen. Weil langsam ganz viel Dunkle gekommen ist. Ähm, äh, habe ich jetzt schon wieder meine Kopflampe über meinen fetten Wasserkopf drüber gezogen. Damit, ähm, damit ich sowohl euch anleuchten kann. Äh, ganz nervig und so weiter. Äh, als auch, äh, hier. Diesen Weg für uns. Wir laufen hier schon wieder durch, durch so viel Schnee und sowas. Was, äh, hier, so ein Weg mit Schwierigkeit bedeutet. Äh, äh, aber das schwieriger ist, ähm, hier diesen, diesen dreckigen Wagen hier rumzuschieben. Guck mal, wie dieser Rad hier schon wieder am Eiern ist. Der ist so am Eiern, wie das da aussieht. So, so ist er am Eiern. Und in dieser Schutzhütte werden wir heute, äh, schlafen und gleich rumgrillen und sowas. Und wir werden hier auf den Fuß bohnen oder so schlafen. So, der Einweggrill ist einsatzbereit. Und jetzt zeige ich euch, wie man ihn zündet. Weil Glut kommt. Glut ist da. Deswegen kann man erst das Fleisch rauflegen. Bezirksweise kann man erst mal schon mal alle rauflegen. Das Fleisch sieht, äh, durch aus. Dieser Kartoffelsalat, das schmeckt genauso, wie dieser Willi Kartoffelsalat von diesem Marktkau... Ne. Netto, genau. Da haben wir es gekauft. Ach, ne, doch nicht. Marktkauf haben wir es gekauft. Genau, beim Marktkauf haben wir diesen Kartoffelsalat gekauft. Genau so schmeckt das, wie dieser Kartoffelsalat vom Marktkauf. Glühwein machen. Ich finde, dieser Glühwein, der schmeckt, schmeckt schön fruchtig. Also ich mag den irgendwie. Der gefällt mir. Der macht mich schon warm gerade. Wir haben jetzt hier drin, äh, ungefähr diese Temperatur hier. Äh, 1,3 Grad steht da irgendwas drauf von... Genau. Und von daher würde ich sagen, äh, gute Nacht, bis morgen. Guckt mal. Äh, man, man steht hier mit dieser Glühwein. Diesen Ausblick hier, hier auf. Und draußen ist windig und sowas und grau und, und so. Äh, Hauptsache wir haben Ausblick. Auf diesem Boden, also da, wo dieser Schlafsack ist, da hab ich geschlafen. Äh, hier, auf diesem Boden hat mein Bruder geschlafen. Wobei hier Dampf kommt, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass hier so eine Berge drin sind, die sich bewegen und aufplatzen. Genau, jetzt ist Kaffee fertig. Guck mal, dieser Weg hier, der ist richtig, äh, hier, schmalzig und dreckig. Das sieht aus wie, wie hier, wie durchfall und sowas. Deswegen, guck mal, wie ich... Das macht mein Rad hier die ganze Zeit so. Holzbalken. Holzbalken. Das ist ein richtiger Holzbalken. Ihr seht diesen Holzbalken, oder? Das ist ein richtiger Holzbalken, voll geil. Holzbalken. Guckt euch mal meine, meine Reifen an, wie, welche Farbe die haben und wie das aussieht und so. Und, ähm, hier, von meinem Bruder, das sieht so aus. Hm, so. Ja, genau, benutzt. Das sieht gut aus. Guck mal, Tunnel gefunden, der nach oben geht, wo hier Autos und, äh, noch mehr Autos und Fahrzeuge und sowas hier durchfahren. Na genau, so etwas fährt hier lang. Sogar Autos mit Anhänger. Wir müssen uns noch ein bisschen beeilen wegen Zug, weil der fährt bald. Der ist hier in diesen verschmierten Bahnhof angekommen. Und jetzt, hier, ein Ticket kaufen gehen. Ja, der Zug ist da. Und, äh, hier, guck mal, ich hab in diese Toilette da gerade, diese Toilette sowas von vollgeschissen mit ganz viel Bierschissgeruch. Das hab ich gerade wirklich gemacht. So, gleich sind wir in Celle angekommen. Und ich hab nur eine Minute Umsteigerzeit. Das heißt, ich muss gleich schnell machen. So, ich bin gerade rumgestiegen. Ähm, ich hab den Zug gerade so, ähm, ich hab diesen Zug gerade so bekommen. Erwischt, voll cool. Das war, glaub ich, der schnellste Umstieg, den ich jemals gemacht hatte. Direkt aus dem Zug rausgerannt und in, im, im, und dem gegenüberliegenden Gleis gleich reingefallen. So, ich bin in Bremen angekommen. Und jetzt, letzter Umstieg. Hier, da, zur Straßenbahn oder so. Ich bin, äh, hier, ähm, hier an dieser Haltestelle und fährt jetzt mit dem Bus nach Hause fahren. So, der Wagen ist aufgebaut. Und ich bin draußen und ich merke, es ist voll cool Wetter heute. Und deswegen, weil heute voll cool Wetter ist, äh, gehe ich hier zu diesem, äh, verschmierten E-Center. Und dort Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. So, ich bin bei diesem verschmierten E-Center. Und jetzt werde ich Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Ich bin, äh, hier an dieser Weserwehr, äh, ähm, angekommen. Also da, wo, äh, hier vorne Wasser runterfällt. Und, ähm, guck mal. Da ganz hinten, da ist Ohr mit Dampf obendrauf. Da vorne ist schon wieder so ein Naturschutzgebietsee. Also da, wo diese ganzen Vögel und sowas drauf, äh, sitzen und rumschwimmen und, ja, hochfliegen und runterfliegen und auf dem Wasser auffallen. Genau. Das ist da vorne. Der D3 muss scheppern. Das hat so zu sein, weil ich will das so. Da muss doch Blufffront kommen. Guckt mal, ich bin gerade auf einer Zugbrücke drauf. Und, äh, hier, hier sind Schienen. Bierpower Froschschild. Das ist Brot mit Butter, Käse und, ähm, und so ein Blattsalat. So ein Brot ist das. Äh, hier, guck mal. Ich habe hier einen Zettel aufgeschrieben, wo ich überall langgehen, äh, tue. So, ich bin jetzt gerade bei diesem Sieg oder Süke oder wie diese Ortschaft heißt. Und, ähm, und, äh, hier, guck mal. Äh, langsam Sonnenuntergang. Langsam bald Dunkel kommt. Jaaaaaa. 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 Äh, hier, ich bin gerade so einen halben Kilometer oder so, diese Straße hier gelaufen. Äh, pur. Und jetzt, äh, nicht mehr pur, weil hier vorne ist so ein Gehweg, wo ich drauflaufen kann. Da hinten sind Kühe. Äh, äh. Äh, äh. Hahaha. Jaaaaaa. Immer mehr Dunkel kommt. So, ich bin jetzt gerade mitten hier im Wald oder wie das heißt. Ähm, wie man das hier so sehen kann. Genau, hier ist überall Wald und Dunkel ist gekommen. Und, äh, hier, und deswegen, weil hier gerade Dunkel gekommen ist, äh, werde ich genau hier, hier auf diesem Scheißboden, äh, jetzt mal ein Zelt, äh, aufbauen. Mit ganz viel Mühen. Das werde ich jetzt machen. So, ich glaube, diese Frikadelle ist fertig. Ich werde diesen hier, hier reinstellen. Und, äh, zack, ist meine erste, ähm, Frikadellbrötchen fertig. Ich habe jetzt mit diesem Klebeband, also Universalband heißt das, äh, hier, das hier zugemacht. Damit, ähm, das nicht wie beim letzten Mal. Dieser, äh, weiß Kraut oder was das ist. Äh, 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 dass da, dass da nicht ausläuft. Dieser Wasser von dem hier. So, ich bin jetzt im Zelt drin. Und ich glaube, ich werde mich so langsam schlafen legen. Äh, würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Guten Morgen. Ich bin auferstanden. Und mitten in der Nacht habe ich hier, äh, so eine Hyänengeräusche gehört. Von, irgendwie, zwei, zwei Tiere. Ich weiß nicht, was das für Tiere waren. Die haben sich versucht, irgendwie so zu verständigen und so weiter. Ähm, so ungefähr hat sich das angehört. Meine Wurfzelt-Innereien sind ausgelaufen. So, ich werde jetzt Kaffee machen, ähm, mit diesem Kochsystem. So, Kaffee ist fertig. Ja, das ist voll cool, so, äh, hier in der Natur hier rumzutrinken. Ähm, also Kaffee zu saufen und sowas. Das hat schon was. Es ist eine geile Location hier. Hier weit und breit, wo hier überall nur Wald ist und so. So, ich bin gestartet. Und, ähm, hier, guckt euch mal meine, meine Mülltüte an. Wie, diese ganzen Bierflaschen drin und noch mehr Müll und alles an Müll, was da, was ich gemacht habe. Der hängt hier rum, der nervt mich. Äh, hier, hier steht Bassum drauf. Da muss ich als nächstes hin, weil das auf meinem Zettel draufsteht. Deswegen laufe ich da jetzt hin. Äh, hier, Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann hier meinen, ähm, nervigen Müllsack hier, äh, rausmachen. Und hier reinstellen. Und jetzt kann ich einen neuen Müllsack auf meinen Wagen drauf machen, damit später dann noch mehr Bierflaschen da reinkommen. Ne, das Wetter ist wieder voll cool. Äh, weil hier, ich kann, ich konnte mein Oberteil, mein Wummel, mein Bierpower-Shirt ausziehen. Ähm, Bierpower-Tanktop meine ich jetzt. Genau, extra damit noch mehr D3-Shepard rumkommt. Weil ich find das voll cool für der D3-Shepard. Ich hab hier diesen McDonalds gefunden. Und jetzt werde ich da mit ganz viel Bier-Schissgeruch reinscheißen gehen. Äh, hier. Ich bin hier an diesem, äh, Rewe-Getränkemarkt. Äh, ich werde hier jetzt, äh, Bier und sowas kaufen gehen. Nachschub holen, weil ich hab nur noch, äh, ein Bier hier. Guck mal, dieser lange, sonnige Weg, ähm, ohne Bäume oder sowas. Sondern mit ganz viel Sonne dran und lang. Der führt nach Twistringen oder so. Guck mal, dieser Insekt hier vorne, der sieht voll fett aus. Und wisst ihr, warum der so fett aussieht? Weil der so fett ist. Äh, guck mal, da hinten. Ich habe da, äh, hier Scheißgeruchmaschine gefunden. Das wird hier dann bald rumfahren und Scheißgeruch produzieren. Aber mit, hier, Nährstoffeffekt. Ich bin gerade ein paar Meter gelaufen. Und, äh, guck mal, da ganz hinten, diese, ähm, Scheißgeruchmaschine. Die bewegt sich gerade. Die fährt rum und produziert das. Das macht das jetzt gerade. Äh, hier. Ich hab, äh, dieses, äh, Twistring, äh, gefunden. Und, äh, guck mal, da vorne ist ein Ortsschild, der so steht, wie er da steht. Und deswegen werde ich auf diesen Ortsschild jetzt ein Bier vormachen gehen. Weil der so alleine steht. Bier Power. Äh, guck mal, da oben. Da sind ganz viele Vöglein und, äh, Vögleinnester. Guck mal, äh, hier, hier noch so ein Baum mit ganz viele Nester, mit Vöglein drauf, die dann die ganze Zeit runter scheißen und sowas. Ähm, von da oben hier runter auf diese Erde, wo hier Menschen und Fahrzeuge rumlaufen. Ähm, genau. Deswegen sind die da, da drum, da oben, äh, aufgebaut. Ich hab mir überlegt, äh, 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 da ist ein riesiger Scheißebecken. Und, äh, dahinter irgendwie so ein Bauernhof. Und, und diese Straße hier, die sieht irgendwie viel, äh, häufiger befahren aus. Von Treck, Traktoren und sowas. Deswegen werde ich da, da hier diesen Waldstück dann nicht pennen. Und deswegen dachte ich, ähm, hier, hier vorne hinlaufen, weil da sind noch mehr Grasen. Das sieht so aus, als wenn das nicht so oft befahren ist. Und dann laufe ich bis da ganz hinten und, äh, da sollte irgendwie vielleicht ein Pennplatz sein für mich. So ein Wildcamp-Zeltplatz. So, ich habe jetzt mein Wildcamp-Zeltplatz gefunden. Und jetzt werde ich da auf mein Wurfzelt aufbauen. Ich habe mein Wurfzelt aufgebaut. Ah, äh, äh, so sieht das hier von innen drin aus. Hier mein Schlafplatz. Hier vorne liegt mein fettiger Schlafsack und da drunter diese Isomatte und da die ganzen anderen Sachen und sowas. Heute habe ich nicht so ganz gut geschlafen, weil hier waren ganz viele Vögel und so weiter. Die haben mich voll genervt und mich nicht in Ruhe gelassen. Und die waren voll laut gewesen mit diesen, mit diesen Geräuschen. So, meine ganzen Zeltdienereien sind ausgeschieden. Jetzt Wurfzelt zusammenbauen. Äh, Kaffee ist fertig. Jetzt entspannt, äh, hier bei wunderschönen Wetter draußen Kaffee trinken. So, so ist das schön. Dieser ganze Müll und diese ganzen leeren Bierflaschen, die habe ich alle hier reingepackt. Und der wird die ganze Zeit nerven gleich. Guck mal, wie fett dieser vertrocknete Wurm ist. Der ist so fett, wisst ihr warum der so fett ist? Weil der so richtig fett ist. So fett ist der, dieser getrocknete Wurm hier. Zwei urinfarbige Blumen gefunden. Ich habe hier ein Geschäft gefunden. Und da prüfen, ob man hier Bier kaufen kann. So, das hier, das war ein Bierladen gewesen. Und, ähm, heute, heute habe ich irgendwie Bock drauf auf Warsteiner. Das heißt, ich habe zwei Träger Warsteiner geholt. Oh, scheiße. Ich muss hier durch diese Landstraße rumfahren. Äh, wo hier ganz viele Autos und so, äh, hier. Äh, ich muss jetzt gerade durch diese Landstraße hier rumlaufen. Wo hier kein Gehweg ist und so weiter. Wo hier diese ganzen nervigen Autos und, äh, Fahrzeuge und LKWs und so weiter rumfahren. Das, das nervt. Äh, guck mal, ähm, durch was für einen Weg mit Schwierigkeit mich, äh, hier Google durchschickt. Äh, äh, der, hier, guck mal, der ist ganz räudig und so weiter. Mit den ganzen, ähm, hier, scheiße für einen Wagen, das hier rüberzuschieben. Und ich bin gerade zum Entschluss gekommen, äh, die Tour schon bereits, äh, in, äh, hier, in Wächter zu beenden anstatt in Kloppenburg. Weil hier, ich hab ein Akku-Problem. Äh, äh, ich hab zwei Powerbanks dabei. Die eine Powerbank ist komplett leer. Und die andere Powerbank hat nur noch 20%. Und wenn ich bis nach Kloppenburg laufen müsste, ähm, Also wenn ich bis in der Kloppenburg laufe, dann wird das mit Akku ganz knapp, weil ich dann noch ein, hier vier Tage machen müsste anstatt drei. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich das heutzutage aufladen soll. Wenn man noch nicht mal irgendwie in so einer Gaststätte oder so rum sitzen kann, um das aufzuladen. Und deswegen, äh, ohne Akku will ich keine Tour machen. Und deswegen, äh, ja, wegen diesem scheiß Akku-Problem werde ich dann, äh, die Tour hinten in Wächter beenden. Ich glaube, ich hab noch 20 Kilometer oder so. Vielleicht ein bisschen weniger bis nach Wächter. Da bin ich da angekommen. Dann fahr ich dort mit dem Zug nach Hause. Guck mal, das Wasser fließt hier runter. Das macht das. Ja, das passiert hier gerade. Das fließt runter. Äh, guck mal, da ganz hinten. Hier, äh, Staubtraktor. Staubtraktor. Der macht ganz viel Staub da ganz hinten und sowas. Seht ihr das? Ich laufe schon wieder diese, diese, äh, ganz nervige Landstraße. Wo die ganzen Autos und Fahrzeugen und sowas hier rumfahren. Die nerven mich die ganze Zeit, weil die sind so laut und so. Das stört mich. Ich habe Wächter gefunden. Äh, 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 äh. Ich bin gerade auf der Suche nach einer Toilette, die ich mit ganz viel Bier-Schiss-Geruch, ähm, bestäuben kann. Weil das muss so sein. Hier ist ein Rewe. Und, ähm, ich werde jetzt einmal nachfragen, ob die eine Toilette zum Bescheißen haben. Damit ich hier leichter werde und so weiter. So, ich habe jetzt gerade mit ganz viel Bier-Schiss-Geruch die Rewe-Toilette benutzt. Aber jetzt, äh, hier, Bahnhof suchen und finden. Bier-Power. So, ich bin jetzt gerade hier am Bahnhof und, oh Scheiße, hier, mein Zug ist gerade abgefahren. Das heißt, ich muss hier rumwarten. Das hat viel zu lange gedauert mit dem beschissenen, dreckigen Automaten hier die Fahrkarte zu holen. Und jetzt ist er abgefahren. Oh Scheiße, jetzt muss ich eine ganze Stunde auf den nächsten Scheiß-Zug warten, der mich nach Bremen führt. Der versifftes Scheiß-Zug kommt an. Jetzt da einsteigen und, äh, nach Bremen fahren. So, ich bin ausgestiegen. Ich bin jetzt hier in Bremen. Äh, hier, meine Straßenbahn, der fährt wegen Verkehrsunfall nicht. Das heißt, ich werde mit dem Bus fahren. Der kommt in fünf Minuten oder so. Das heißt, ich muss hier fünf Minuten rumwarten. So, ich bin hier von diesem, aus diesem Bus ausgelaufen. Und, äh, ich bin jetzt schon wieder hier an dieser Stelle, wo da ganz hinten dieser Bauhaus ist. Also, da, wo ich schon mal diese Scharniere und den billigsten Klappsackkarre von Bauhaus gekauft habe. Genau, bei diesem Bauhaus bin ich jetzt gerade, an dieser Haltestelle. Also, sprich, ich muss jetzt noch ein Kilometer oder knapp ein Kilometer bis nach Hause laufen. Äh. Da, ganz hinten, da ist schon wieder dieser Bauhaus. Und, weil da aber dieser Bauhaus ist, ähm, hier bin ich jetzt gerade, ähm, auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Hier vorne ist eine Vollfettkreuzung. Und hier vorne ist auch eine Vollfettkreuzung. Und, äh, hier vorne, ähm, ist ein Sparkassenautomat. Ich werde hier erst mal kurz Geld abholen. Und jetzt flüchtig weiter zu gelaufen bis zum Hauptbahnhof. Ähm, mit, mit Gas. Ich muss, ich muss wirklich schneller machen gerade. Weil hier, die Zeit, die Tränke gerade und so. So, ich bin pünktlich angekommen. Und der hier, äh, Zug, der steht hier schon rum und wartet auch nicht. Mein dreckiger Zug, der steht hier schon. Das heißt, ich werde jetzt hier einsteigen. Oh, scheiße. Vor meinem Bruder ist da was kaputt gegangen. Hier, ähm, da kommt Flüssigkeit raus. Und hier, guck, hier ist ganz viel, äh, Fluss, Flussstreifen. Der, äh, dieser Flussstreifen, der führt die ganze Zeit bis die ganze Zeit weiter. Ja, äh, das hier, das ist diese Flasche, die aufgeplatzt ist. Die, die spritzt hier rum und sowas. Wir haben hier Betonklotze gefunden. Äh, hier werden wir, äh, ein bisschen Pause machen, bevor dann irgendwann Umsteigzug, äh, kommt. Guck mal, da ganz hinten, da ist erste Harzberglandschaft. Da hinten, da ist auch Harzberglandschaft. Da drüben ist auch Harzberglandschaft. Da hinten ist noch mehr Harzberglandschaft. Ich habe gerade diese, diese versüffte Maske ausgezogen. Heute hat man, Bart, fühlt sich so, so ungepflegt an und so, so abwertend und widerlich. Das mag ich nicht. Oh, scheiße. Schon wieder ist genau das passiert. Ähm, das ist Katastrophal. Das mögen wir nicht. Das spritzt, das spritzt rum. Das läuft aus. Mein Bruder ist zurück und, äh, der hat sich Tüten besorgt. Und, das sieht jetzt so aus. Und, das sieht so aus. Hirnfrost. Das hat gezimmert. Das hat wehgetan. Wir sind gerade hier auf so einer Brücke drauf. Guck mal hier, diese ganzen Autos und sowas hier, äh, langfahren. Genau hier sind wir gerade drauf. Hier auf dem Wasser. Wir sind jetzt gerade hier oben oder so. Und, äh, deswegen laufen wir jetzt hier, genau da runter. Da, äh, so da, wo das aussieht, wie das. Genau da laufen wir runter. Oi. Schon wieder ein Weg mit Schwierigkeit. Hier vorne ist Weg mit Schwierigkeit. Diesen werde ich jetzt nochmal an schweren Wagen runterlaufen. Das werde ich jetzt wirklich machen. Meine Tüte ist aufgerissen. Die ist komplett aufgerissen. Aber hier, guck mal, meine ganzen leeren Bierflaschen, die liegen hier rum. Ach, ja, stimmt. Ich wollte euch erzählen, dass dunkle gekommen ist. Äh, auf gut Glück werden wir, glaube ich, hier, uns, äh, genau hier auf diesen scheiß Boden, in, äh, freien Himmel, ähm, hinlegen. Und hoffen, hoffentlich, dass das nachts nicht regnet oder so. Hier liegt mein Schlafplatz. Äh. Hier vorne liegt, ähm, der Schlafplatz von meinem Bruder. Ich hab von da vorn, ähm, ein Stück probiert. Das schmeckt irgendwie ziemlich durch und, äh, voll in Ordnung. Also nicht so, als, ähm, ob da irgendwie Giftstoffe oder so hochkommen von dieser Schale oder so. Das schmeckt zwar scheiße und fertiggerichthaft. Aber, aber das kann man gut fressen. Ich glaube, dass, äh, dass er genug durch ist, um das komplett fertig zu fressen. Das heißt, ich werde diesen Fertiggerücht, der scheiße schmeckt, äh, fertig fressen jetzt. Schwarz-Tee brennt. Das heißt, dass ich, äh, äh... Äh, guck mal, äh, so viel Temperatur haben wir jetzt gerade. Äh, hier, äh, ein Grad oder, oder wie das heißt. Äh, genau. Äh, jetzt steht da 0,9 Grad drauf. Äh, äh, 0,8. Äh, ja genau, das wird immer kälter. Ja, jetzt, jetzt 0,7 Grad. Äh, genau. Oh, jetzt 0,6 Grad sogar. Genau. So viel Temperatur haben wir jetzt gerade. Äh, 0,5 Grad sogar, jetzt. Guten Morgen. Man ist auferstanden. So unordentlich sieht unser Schlafplatz aus. Äh, hier hab ich geschlafen. Und hier hat mein Bruder geschlafen. So, weil ich euch schon ganz oft, ähm, ein Tutorial gegeben hab, wie man aus diesen Kaffeepads Kaffee macht, äh, kürzt es das dieses Mal ab. Damit das nicht so eintönig wird. Der Campingkocher ist schon an. Und jetzt warten, bis irgendwann, äh, hier diese ganzen Pocken und so weiter kommen. Das sieht gut aus. Guckt euch mal diese ganzen Pocken, die, die so rumplatzen und so weiter an. Aber voll cool in der Natur Kaffee zu trinken. So ein ganz warmer morgens früh. Das finde ich voll cool. Ich mag das. Ähm, genau. In dieser Zwischenzeit werde ich ein von mir von zu Hause geschmierter Brot, ähm, in mich rein machen. So, die Sachen sind gepackt. Ähm, dieser nervige Sack, äh, dieser ganze Müll ist hier in diesem Sack hier drin. Äh, dieser Sack hier vorne, der wird mich die ganze Zeit nerven. Oh Scheiße, guckt, guckt euch das mal an hier. Ähm, mein Müll, äh, Tüte, der ist weggerissen. Oh Scheiße, ich habe eben gerade meine ganze Tasche durchsucht und ich habe wirklich meine Mülltüten vergessen. Äh, ich dachte, ich war fest von überzeugt, dass ich noch welche da hatte. Ja, Scheiße, so etwas passiert mal. Äh, und deswegen habe ich jetzt gerade hier, provisorisch, mein, äh, Tape, äh, mein Universalband benutzt und, und diese ganzen kaputten Stellen hier, hier dieses aufgerissene, ähm, zugetapet. Äh, schuhe! Pst! Hm. Ja, guck mal, wir sind, äh, hier bei dieser Eckertalsperre. Äh, hier sind wir, weil das hier, das geht hier so weit runter und so. Und das ist mit, hier, da ist ganz viel hoch dran. Höhöhöhöhö. Das ist voll scheiße, den Wagen hier rüber zu schieben. Wenn diese, ähm, wie heißt das Ding nochmal? Wenn diese ganzen räudigen Wege, ähm, so wurzelig sind. Schon wieder ein Weg mit Schwierigkeit. Hier vorne, ein wurzeliger Weg, der nach oben geht. Guck mal, da vorne, die Sonne, die wird immer oranger und oranger. Da, der geht immer weiter runter. Das heißt, dass bald Dunkle kommt. Und, ähm, wir haben noch ein Stück zu laufen bis zum Brocken. Und da prüfen, ob wir vor dem Dunkeln, äh, also bevor, äh, komplett Dunkle kommt, äh, ob wir diesen Brocken erreichen tun. Guck mal, wir sind hier auf diesen Stein angekommen, der Brocken heißt. Und wisst ihr, warum der Brocken heißt? Weil das, äh, hier drauf steht. Da steht wirklich Brocken drauf. Ähm, rund 1.142 Meter, oder wie viel das sind. Jetzt den gesamten Berg wieder zurücklaufen. Start kommt. So, guckt euch das mal an. Äh, langsam Blasen kommen. Und, ähm, weil die gekommen sind, kommen jetzt diese Nudeln rein. Die Nudeln, die sehen so fertig aus. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Nudelwasser rausgießen. Ist zwar komisch, Nudeln komplett pur zu, zu essen. Ähm, aber kann man machen. Aufsache was warmes im Magen drin. Wie ganz cool, wenn da noch Soße oder noch Fleisch dabei wäre. Das wäre dann richtig geil. Also, wir haben jetzt gerade diese Temperatur. Äh, hier ist es ziemlich genau 0 Grad. Beziehungsweise minus 0,1 Grad. Aber gefühlt, aber es fühlt sich noch viel kälter an. Also, also gefühlt, keine Ahnung. Würde ich mal minus, weiß ich nicht, minus 4 Grad oder so schätzen. Äh, wir haben unser Schlafplatz rasch aufgebaut. Äh, und zwar hier, hier unten. Das ist mein Schlafplatz. Ähm, und... Mein Bruder hat hier die zwei Bänke ein bisschen umgestellt. Damit er hier so drauf pennen kann. Guten Morgen. Man ist auferstanden. So, ich werde euch unseren Schlafplatz zeigen. Ähm, und zwar... Hier habe ich geschlafen. Ähm, hier ist ein Tisch. Und hier hat mein Bruder geschlafen. Hier auf diesen Bänken. Guckt euch mal diese ganze braune Pockenkrankheit an, die die ganze Zeit am Aufplatzen ist. Das heißt, das sieht gut aus. Jetzt ist Kaffee fertig. Kennt ihr ihn hier noch? Der mich, äh, gestern den ganzen Tag gestört hat. Dieser, dieser ganze Müllsack. Wir haben gestern auf der gesamten Tour keinen Mülleimer gefunden. Das heißt, ähm, ich muss ihn bis zum bitteren Ende rumschieben. Und jetzt, Weg mit Schwierigkeit runterlaufen. Pilzbaum. Pilzbaum. Baum mit Pilze dran. Guckt mal, äh, genau hier an dieser Stelle, da haben wir in der ersten Nacht gepennt. Hier vorne, äh, ist ein Wasserfall. Äh, von dieser Perspektive aus. Und wisst ihr, was hier passiert? Da fällt Wasser runter. Und das hier vorne, das ist dieses Wasserfall von dieser Perspektive aus. Äh, Ziege gefunden. Und, äh, da vorne sind echte Ziegen oder Schafe oder was das sein soll. Guckt mal, äh, hier, schon wieder ein Weg mit Schwierigkeit. Da ganz hinten, da ist Sandberglandschaft oder sowas. Oder Kiesberglandschaft. Aus Fluss. Äh, guck mal, hier vorne ist eine Brücke. Ähm, da laufen wir nicht drüber. Guckt mal, wir sind hier unter, äh, auf dieser Brücke drauf. Wo hier diese ganzen Autos und Fahrzeugen und noch mehr Autos, äh, drunter durchfahren. Die machen die ganze Zeit diese Abgasen und sowas. Ich hab vorhin auch Abgase gemacht. So, äh, wir haben, äh, das ganze Müll, äh, einigermaßen sortiert, hier, diesen Mülleimern hier reingeschmissen. Und wir werden uns jetzt hier in dieser Pizzeria, äh, Pizza bestellen. Und jetzt tut Fisch, äh, Pizza essen. Also dieser Pizza hat auf jeden Fall geschmackt dran. So, ich habe eben gerade an den Eisdiele vollgeschissen. So, wir sind hier am Bahnhof angekommen, äh, und weil, und weil das noch ein bisschen dauert, bis der Zug ankommt, äh, habe ich hier mir hier noch ein Wartebier gegönnt. Wir sind hier im Zug eingestiegen, äh, und jetzt nach Hannover entfahren. So, wir sind, äh, jetzt in Hannover angekommen. So, ich sitze hier an diesem Zug drin. Und, ey, guck mal. Hier, diese Außensitze. Ich hab schon lang keine Außensitze mehr gesehen, die so bequem sind, wie diese hier. Die hier fetter gepolstert sind und nicht so, so, so schmal wie bei den allermeisten Zügen. So, so unbequem und so weiter. Aber die hier, die sind viel bequemer. Die haben viel mehr Fett dran und, und Stoff drin. Hier vor. So, ich bin gerade angekommen, ähm, und ich hab endlich das hier abgesetzt. Und jetzt sieht mein Bart richtig scheiße und ungepflegt aus. Ich stehe jetzt hier vor diesen verschmierten E-Center und jetzt werde ich hier erstmal Jever kaufen gehen. So, ich bin jetzt gerade von E-Center ausgelaufen und ich habe hier, äh, drei Träger Jever gekauft. Und, ähm, ein Zucker. So, ich hab diese ganzen Biere und, ähm, und dieses Zucker eingepackt. Ähm, und jetzt erstmal erstes Bier öffnen. Und jetzt, wie Jeverwanderung startet kommt. Ich bin gerade gestartet und ich befinde mich jetzt gerade hier bei dieser Weserwehr. Also da, wo Wasser runterfällt. Kennt ihr diese Stange hier vorne? Da hab ich letztens so gemacht. Genau, so hab ich das gemacht. Das da vorne, das heißt Erdbeerbrücke. Ich bin gerade unter dieser Erdbeerbrücke drunter durchgegangen. Diese Weser da vorne, also da, wo dieser, ähm, dieser ranzige Boot dort drauf fährt. Der stinkt nach tödliche Krabben. Guck mal, dieser voll alt Gebäude, der sieht so alt aus. Und wisst ihr, warum der so alt aussieht? Weil der so alt aussieht. Guck mal, ich laufe immer noch hier über dieser, an dieser versüften, ähm, mit tödlichen Krabengeruch, ähm, Weser lang. Und dann da vorne, da vorne, da fährt schon wieder so ein Schiff, oder was es ist. Mit, keine Ahnung, mit diesen schwarzen Steinen da oben drauf. Das trägt er gerade rum. Ich hab hier einen Mülleimer gefunden. Und hier werde ich jetzt meine ganzen leeren Bierflaschen drunter stellen. Ich habe jetzt meine ganzen leeren Bierflaschen hier drunter gestellt. Ey, hier vorne, hier vorne ist so eine Vollfettkreuzung mit ganz viel Verkehr und sowas. Das nervt rum. Ich will hier in der Tour hinkommen. Weil hier sind diese ganzen Abgasen und sowas. Diese Fahrzeuge hier, die hier drunter durchfahren. Und hier vorne auch auf der Straße. Die machen hier diese ganz vielen Abgasen und sowas. Und weil warm gekommen ist, kann ich jetzt so rumlaufen, wie ich jetzt rumlaufe. Extra damit hier noch mehr D3-Scheper rumkommt. Ich laufe so lange so rum, wie ich jetzt... Ich laufe so lange so rum, wie ich jetzt rumlaufe. Bis da oben, wo die Sonne da ist. Weil heute ist das temperaturmäßig nicht so warm, glaube ich. Bis da irgendwelche Kackwolken da rum... ...davor stehen. Im Weg stehen und sowas. Und dann, wenn das passiert ist, dass da Wolken im Weg stehen. Dann werde ich beim Pullover anziehen. Guckt euch mal an, wie viel Fett diese Vogelscheuche da vorne hat. Ey, guckt mal da. Genau, da hinten. Dieser Storchennest. Guckt euch mal an, wie schwer mein Müllsack hier ist. Warte, guckt mal. Ich hab das hier gefunden. Uuuuuch, Turm gefunden. Bierbauer. Und ich finde hier kein Waldstück oder so. Und deswegen hab ich mir überlegt... ...mein Zelt einfach hier vorne hier aufzuschlagen. Wurfzelt ist kurz auf mich draufgefallen. Aber jetzt ist er aufgebaut. Das ist das Wichtigste. Damit ich da gleich reinpennen kann. Das heißt, ich werde mich gleich so langsam schlafen legen. Von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Guten Morgen. Ich bin auferstanden. Also heute Nacht hab ich ganz offensichtlich geschlafen. Weil guckt mal. Hier vorne ist mein Zelt, wo drin ich rumgeschlafen habe. Da vorne ist Feldlandschaft. Und direkt hier vorne... Hier vorne ist Straße. Guckt mal. Meine Powerbank, die ich gestern benutzt habe. Die hat nur noch 31%. Und ich werde den das erste Mal an diesen Solarpanel anschließen. Guckt euch mal diese ganzen braunen Blasenkrankheiten an. Die sehen krank genug aus, damit das fertig ist, dieser Kaffee. Oh, scheiße. Ich hab mich verbrannt. Oh, meine Zunge brennt. Die tut weh. Das wag ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ihr das seht. Aber hier ist ganz leise leichter Nieselregen. Der mich die ganze Zeit hier beim Kaffeetrinken stört. Und nervt. Oh, scheiße. Mir ist eben gerade eine richtig schlechte Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar das hier. Das ist eine Holzzahnbürste. Und mir ist aufgefallen, dass hier oben ein Schimmelpilz dran ist. Das heißt, ich werde jetzt keine Zähne putzen. Sondern wenn ich das nächste Mal einen Einkaufsladen gefunden habe. Dann werde ich mir dort eine neue Zahnbürste holen und dann Zähne putzen. Hier ist ein Weg mit Schwierigkeit. Mit ganz viel Hügel und sowas. Wo ganz viele Steine rumliegen. Ein Weg mit Schwierigkeit. Das Wetter ist wieder voll cool zu mir. Ich mag das. Oh, scheiße. Es sind schon wieder Wolken angekommen. Guck mal. Ich bin jetzt gerade hier bei dieser Ortschaft. Und prüfen, ob diese Ortschaft Biergeschäfte hat. Oh, scheiße. Das hier, diese Ortschaft, die hat keine Biergeschäfte gehabt. Auf diesem Brot ist Brot, Käse, Butter, Porri und Petersilie drauf. Ich habe eine neue Ortschaft gefunden. Prüfen, ob diese Ortschaft Biergeschäfte mit Bier und Zahnbürsten hat. Oh, scheiße. Diese Ortschaft war auch zu klein für Biergeschäfte gewesen. Prüfen, ob die nächste Ortschaft Biergeschäfte hat. Jetzt regnet es auch noch. Und ich habe hier meinen Stuhl rausgeholt. Und ich chill jetzt hier direkt unter diesen Baum, der mich trocken hält. Oder nee, doch nicht. Ich muss weiter zu gelaufen. Weil ich habe meinen gelben Sack an und meinen orangenen Beutel über meinen, wie heißt das nochmal, über meinen Wagen. Deswegen muss ich weiter zu gelaufen. Aber meine Schuhe werden lassen. Guck mal, eine neue Ortschaft. Prüfen, ob diese Ortschaft Biergeschäfte hat. Guck mal, hinter mir ist ein Edeka. Und dort will ich erstmal neues Bier kaufen gehen. Ich habe jetzt die ganzen Biere und Zahnbürste und diese anderen Sachen in meinen Wagen reingemacht. Und diese Edeka-Frau, die da drin war, die hat gesagt, dass ich wegen der Toilette hier vorne bei diesem Bäcker hier nachfragen muss. Also werde ich da jetzt reingehen und nachfragen, ob ich diese Toilette bescheißen kann. Komisches Wetter heute. Hier mit diesen... Hier, diese Dinger hier, die fallen hier runter. Das nervt mich voll. Das muss weggemacht werden. Es regnet. Guck mal, hier hinter mir ist eine Tankstelle. Eine versüfte Tankstelle. Und da sollte es Brötchen geben. Bin ich die Brötchen? Zu gepräsen. Guckt euch mal an, wie viel Fett hat dieser Wurm. Dieser Wurm, der hat so viel Fett dran. Und lang. Der ist viel leckerer, als man scheiß Hand. Guckt euch mal diese ganz vielen nackten Nacktschnecken an. Die hier, diese ganzen Wurm hier fräsen. Ich habe gerade einen fahren lassen. Guckt euch mal diese versüffte Brücke hier vorne an. Äh, ich stehe gerade drauf. Die Sonne kommt langsam runter. So, ich habe jetzt gerade einen Wildcamp-Zeltplatz gefunden. Und zwar, äh, da drüben, also da hinten, da ist Straße. Ähm, da vorne ist so ein LKW. Vielleicht pennt da jemand drin oder so. Aber mir doch egal. Ähm, da ganz hinten, ähm, wo ich jetzt gerade hingehe, da bin ich eben gerade hingegangen. Und, ähm, da war ein Bach. Und, ähm, und weil ich nicht gesehen hatte, dass da ein Bach drin ist, äh, bin ich mit meinem Schuh reingelaufen. So, dass mein ganzer Fuß jetzt komplett nass ist. Wegen diesem Bach da drüben. Und deswegen, ähm, hier vorne ist auch eine Erhebung. Ich weiß gar nicht, mit Steinen und sowas. Und ich dachte mir vielleicht, ähm, hier vorne für mein Zelt, mein Wildcamp-Zeltplatz aufzubauen. Es ist drauf und jetzt warten, bis gleich da vorne Blasen kommen. Äh, guck mal, äh, langsam Brat kommt. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, ich bin auferstanden. Ah, hier, guck mal, ein Fasad hat mich begrüßt. Äh, äh, also der hier, der hier rumläuft mit diesem, äh, bunten Kopf. Ist auf jeden Fall schon ein schönes Tier. Der macht diese komischen Geräusche. Aber schade, dass ich meine, meine teure Kamera nicht dabei hab. Aber sonst könnte ich das in so einer richtig voll Fettqualität, ähm, euch, äh, das zeigen. Diesen, äh, diesen Vogel da vorne. Dieser Bund, äh, der Fasad. Und da fliegt er rum. Äh, 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 ist auch meine ganzen, äh, hier, Zeltine rein. Ähm, die sind von meinem Zelt ausgelaufen. Und ja, hier vorne, hier, hier stand die ganze Nacht dieser LKW. Aber der ist mittlerweile weggefahren. Aber ein paar, ein paar mehr LKWs haben hier auch was gemacht. Aber haben mich nicht gefunden. Weil ich war hier hinter diesem Berg hier am Zelten. Höhöhöhöh. Cool, oder? Mir ist gerade scheiße passiert. Und zwar dieser Reißverschluss von meiner Wurfzelttasche ist kaputt. Der geht nicht mehr zu. Das heißt, äh, ich muss dir irgendwie, weiß ich nicht, offen lassen oder so. Das sieht, ähm, blasig genug aus, damit Kaffee fertig ist. Ja, das finde ich voll cool, äh, draußen so Kaffee zu trinken. Ich mag das immer noch. Wir haben jetzt gerade voll cool Wetter mit, äh, mit Sonne und sowas. Das finde ich voll cool. Ich mag das. Und jetzt gerade kommt nerviger Auto. Guckt euch mal diese versüftefreie Fläche hier an. Die sieht genauso aus, als wenn, als ob die überhaupt hier umsonst gebaut wurde. Nichts zu gebrauchen ist. So sieht diese Fläche hier aus. Oh scheiße. Ich musste gerade feststellen, dass ich, ähm, mein letztes Bier, was ich in meinem Wagen drin hatte, äh, ausgedrucken habe. Also, ich wurde gerade von einem Zuschauer wieder erkannt, ähm, der kennt mich irgendwie anscheinend von TikTok her. Und er hat mir, äh, vier Bier spendiert. Vier Lütjes. Zum Bier, damit ich weiterhin Bier trinken kann. Ich habe hier einen Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann jetzt, ähm, hier diesen Inhalt von dieser Tüte hier, äh, äh, eh, 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 eh. Ich bin in dieses Schweilburg, oder wie das heißt, angekommen. So, die letzte Ortschaft, da gab es keine Biergeschäfte. Und jetzt werde ich, ähm, hier bei dieser Ortschaft. Äh, Diekmannshausen, oder wie das heißt. nach nach biergeschäften suchen gehen oh scheiße diese ortschaft die ist viel zu klein um biergeschäfte zu haben aber ich gebe die hoffnung nicht auf dass die nächste ortschaft biergeschäfte hat das hier vorne sieht aus wie so ein wie so ein richtiger voll fett gras landschaft ja diese dinger hier die nerven mich ich habe dieses varell gefunden prüfen ob diese ortschaft geöffnete biergeschäfte und fressensladen beinhaltet ich habe hier ein hol abgefunden aber dieser hat um 20 uhr geschlossen und wir haben jetzt gerade diese uhrzeit ich habe hier ein biergeschäft namens netto gefunden jetzt werde ich da bier und noch mehr sachen kaufen gehen also ich habe gerade dieses ganze bier in meinen wagen reingepackt und jetzt und darauf dass ich das gemacht habe werde ich jetzt diese diese raffaelo in mir reinschieben so ich habe gerade döner gekauft und jetzt werde ich diesen hier in mir rein machen so ich habe den döner aufgefressen aber ich fand er hat viel zu durchschnittlich geschmeckt um den irgendwie über bewerten zu können ich werde jetzt erst mal nach dem wild camp zeltplatz hier in dunklen suchen gehen oh scheiße ich stehe jetzt gerade biertrinken unter so einem baum weil es hat an schon wieder angefangen zu regnen und ich habe mir überlegt genau heute nacht genau hier auf dieser bank hier rum zu können guten morgen ich bin auferstanden und abwarten bis hier über diese solarpanel mein mein meine powerbank geladen wird weil ich muss mein handy akku auftragen sonst kann ich für euch die strecke nicht nicht wecken jetzt erst mal ganz gelöstlich kaffee saufen ich bin gerade in der nähe von dieser nordsee beziehungsweise ganz in der nähe von jade busen oder wie diese titel heißt guck mal da vorne da vorne ist diese titel von der ich gesprochen habe dieses jade busen oder wie das heißt und ich werde da jetzt dran vorbei laufen guckt euch mal diese kleinen kühe da vorne an hier ein voll fett betont klotz gefunden und der ach ja ich befinde mich jetzt gerade irgendwo in friesland oder wie das heißt wenn ich jetzt gerade hier bei diesem nervigen wind das war ganz schwer gewesen das hier anzuziehen so der regner war nur ganz kurz gewesen das heißt jetzt wieder normal weiter zu gelaufen guck mal ich habe schon wieder meine gelbe sack dran weil das tropft langsam schon wieder und da hinten sieht aus wie ganz viel regentropfen und sowas was hierher gekommen und hier auf dem kopf drauf fällt genau dass das geschieht geschieht das dahinten hergekommen ist der regel schüler weg gelaufen also entweder kommt dann gleich schon wieder kein regen oder es kommt schon wieder regens was ich das nochmal anziehen muss so ich mache jetzt gerade hier an dieser versuchten schutzhütte oder bus angestellt oder was das hier sein soll ein bisschen rast und ich glaube noch 15 km bis bis je war angekommt also so so zumindest sagt google dass das ist das noch 15 km entfernt ist von hier aus und google sagt auch dass später regen kommen sollte guck mal dieser wasser hier vorne der sieht so künstlich und gerade aus als ob der nicht natürlich wäre da vorne ist ein vollfett baufahrzeugmaschine aber hier vorne ist ein noch viel viel größere vollfett baufahrzeugmaschine guck mal mein ganzer wagen hier ist nass weil dieses wetter hat mich schon wieder verarscht und zwar ich war da ganz hinten genau da ganz hinten war ich gewesen und da hat es ganz plötzlich angefangen in strömen zu regnen und dann bin ich ganz schnell hier unter dieser brücke hier hin gerannt und genau genau in diesem moment wo ich unter der brücke hin gerannt bin hat der regen aufgehört so dass ich hier nass geworden bin aber jetzt hier drunter stehe und keine regen mehr da ist hier oben da steht drauf wenn noch ein kilometer bis je war das heißt noch ein kilometer und dann bin ich in je war angekommen oder wie das heißt ich habe dieses je war gefunden so und darauf dass ich hier dieses ziel erreicht habe und zwar hier diese java brauerei wenn ich darauf ein bier brauchen gehen java bier power so ich habe euch gerade diese diese java brauerei so ein bisschen gezeigt und da vorne kommt da glaube ich schon an ich bin jetzt gerade in Wilmshaven oder wie das heißt und hier steht überhaupt gar kein fahrplan auskunft wie man nach bremen hin kommt und die leute von hier haben gesagt dass ich hier einsteigen soll das ist dieser zug der nach kloppenburg hin fährt und dass ich dann in eulenburg umsteigen muss um von dort aus mit glück nach bremen zu kommen so ich bin hier in eulenburg oder wie das heißt angekommen und hier sollte glaube ich so ein umsteig zu kommen nach bremen hauptbahnhof genau das hier ist mein versifter scheißzug ich habe ihn erwischt ich bin drauf das finde ich voll cool ich mag das aber mein versifter wagen passt hier nicht durch das mag ich nicht ich bin hier an dieses dieses bremen angekommen meine straßenbahn fährt nicht das heißt ich bin jetzt gerade hier an diesem bus schon wieder drin das heißt ich werde ich werde später noch mal ein kilometer weiter laufen ich bin draußen und jetzt zum bahnhof hin laufend start kommt dann fahren wir hier zu diesem hildburghausen oder wie das heißt zu ramses und wenn wir dann bei ramses angekommen sind dann erstes mal ramses angucken und morgen morgen ist beim versifter geburtstag und da machen wir dann eine eine biertour mit ganz viel biertrinken hier ist ganz viel dieser verkehr oder wie das heißt das macht hier diese ganzen vielen abgasen und sowas ich habe heute noch keine abgasen gemacht ich bin jetzt hier an dieser stelle wo diese voll fett kreuzung ist und hier vorne ist auch eine voll fett kreuzung ich spüre das schon ich bin gleich bei diesem versifften bahnhof angekommen ich habe diesen versifften dreckigen bahnhof gefunden ein zug steht hier schon und jetzt nach hamburg-harburg hinfahren und dann habe ich noch umsteigezeit dort werde ich platte treffen so ich habe ich habe platte gefunden moin moin ich bin euer platte unser versifter zug ist angekommen und jetzt müssen wir die ganze zeit diesen nervigen was getragen oh ja wo sie ganzen hier viren und bakterien und würmer und so und sowas da drin vermehrung machen guck mal platte was ich dabei habe prüfen ob der auf dem weg auf dem weg auf platz oder so ob der zug fahrt oder sowas das wäre was so wir sind jetzt in diesen hannover angekommen und weil wir jetzt 20 minuten umsteigzeit haben erst mal zum kiosk hingehen und ein wartebier kaufen gehen und dann bier trinken draußen so mit umstiegsbier wurde es doch nichts weil wir haben viel zu lange gebraucht um so einen kiosk zu finden unser scheißzug kommt an guck mal hier vorne ist erste berglandschaft ähm harzberglandschaft da vorne ist noch mehr harzberglandschaft da vorne ist noch mehr harzberglandschaft da hinten da ist auch harzberglandschaft da drüben ist auch harzberglandschaft guckt euch mal diesen harzberglandschaft da hinten an guck mal platte hier noch mehr harzberglandschaft da sind vielleicht da hier diese ganz vielen wildschweine und hirsche die hier in diesen fluss da rein pinkeln so wir sind hier in göttingen angekommen guck mal hier vorne steht schon unser verschmierter dreckiger zug da werden wir jetzt einsteigen wir sind hier in eichenberg angekommen jetzt haben wir fast eine stunde wie heißt das nochmal umsteigezeit umsteigezeit dieser bahnhof hier das ist so ein richtiger scheiß bahnhof weil guck mal da hinten da ist kein lift und hier ist auch kein lift und wir haben das hier ja und das hier runter gebracht und jetzt müssen wir diese ganze treppe hier schon wieder rauf tragen oh scheiße diese ortschaft hier die hat ähm die ist so klein dass die weder biergeschäfte noch kiosk hat oder sonst noch was aber hauptsache ein ICE halt ja aber endlich diese versiffte maske abziehen wo diese ganzen Bakterien und Baktusse und Bakteen und Karies und Würmer und sowas ähm ähm drum rum wälzen in der Maske drin das hat genervt der Zug kommt gleich ähm das heißt wir haben uns hier ausgesessen die dauert voll lange und sowas ähm ähm umsteigen die dauert voll lange und sowas ähm umsteigen umsteig Bahnhof wir sind hier in Neudiedendorf das riecht hier nach Urin so zwei Minuten noch bis der Zug abfahren soll ja so das hier ähm das war der letzte Umsteig ähm ne der vorletzte Umsteig Bahnhof und das hier das ist unser ähm das ist der Zug wo wir jetzt ähm treiben ähm wir sind jetzt drin in diesem Scheißzug und da und wisst ihr warum das ein Scheißzug ist? weil das auch schon wieder so ein Scheißzug ist mit so einem Scheißtrenden guck mal hier vorne ist eine voll Fettbrücke hinter diesen Bäumen seht ihr diese hier? die hat ganz viel hoch dran weil die so fett ist wir sind gleich in Grimmenthal das ist unser letzter Umsteig Bahnhof und ähm wir müssen und gleich wenn wir da umsteigen müssen wir erstmal äh das hier und und äh das hier ähm diese nervige Treppe hier runter ähm genau ausmachen so wir sind jetzt in diesem letzten Umsteig Bahnhof äh angekommen ähm und hier guck mal unser letzter Zug der steht doch vorne schon der wartet auf uns seit 10 Minuten noch und dann sind wir angekommen und dann Ramses angucken gehen äh hier wir sind in Hildburghausen angekommen und äh hier vorne ist Ramses Hildburghausen wo die Wildenhausen merkt euch das? sagt der Isru nämlich immer so und äh hier äh Ramses hat uns Döner mitgebracht achso ja kann ich ja mal auspacken mal zeigen ich hab extra drei Stück genommen und hab natürlich schon einen gegessen weil ich erwarten musste und jetzt habe ich noch zwei hier dabei die sind auf jeden Fall schön fettig und kräftig und brutal und sind sogar noch warm was will man mehr? so bevor wir gleich den Döner hier essen äh werden wir hier erstmal ähm bei diesen ranzigen Rewe da vorne ja der ist gar nicht ranzig nur weil bei euch alles ranzig ist der ist höchstens verschmiert aber mehr nicht äh bei den verschmierten Rewe ja die Hildburghausen Jugend im Hintergrund ähm da werden wir erstmal ein paar Bier und noch mehr Sachen kaufen ohhh dann Prost der Prost HÄCHÄH so ich möchte jetzt filmen wie wie flattig sein sein Döner hier ist mit einer Gabel ist du gerade Döner mit einer Gabel? ja saugut äh hier ähm Mansoul Wurf er tritt nichts so leckeres als einen Döner mit einer Gabel zu essen aber wir gehen jetzt erstmal zu Ramses wir sind jetzt äh bei ihm hier bei 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 Ramses der Dicke so jetzt werde ich hier ein ähm in der Mikrowelle aufgewärmten Hildburghausen Döner ein Abo Döner aus dem Abo in mir rein machen war Vorsicht fettig es ist passiert es ist passiert ich bin 29 ähm es ist geschehen Happy Birthday to you Happy Birthday to you die Prost und äh heute Aufnahmetag ist mein Geburtstag der zweite sechste und wir machen heute eine Wanderung und jetzt erstmal zur Rewe hinlaufen da vorne ist äh dieses Rewe und dort werden wir jetzt ähm erstmal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen so die Sachen sind gepackt das erste Bier ist aufgemacht Hipsi Hipsi und jetzt Wanderung Start Hipsi diese Wege hier die haben ganz viele diese verschmierten Steine hier vorne und das heißt wenn man den Wagen schiebt da wird das ganze Bier durchgeschüttelt da kommen diese ganzen verschmierten Kuhensäure raus und sowas Baumspalte gefunden Baumspalte gefunden Hesche Krankheit Allergie Natururin gefunden Ooooooo Das Wetter ist voll cool zu mir Hesche Hatschui Lattie genießt auch die Drei Schepperung Die Flasche muss leer werden Ich hab jetzt den Räder vollkommen durch So läuft man hier rum oder so So sieht das aus Wegen der Aktion eben gerade sind Flatties Reifen verbogen und kaputt und so weiter Das heißt der Wagen hat mehr Schwierigkeit dran So Kabelbinder sind dran und hoffentlich hält das Sag mal Forstweg 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 Action Genau Genau Ramses da trinkt auch Bier Gipfroost Wir sind einfach jetzt hier diesen komischen Waldweg hoch Der hier einfach nur komplett matschig wird So sieht das aus Wenn Ramses dann ein Schuh anfässt Das wird immer herrlicher Schaut euch meine Muskeln an die nicht vorhanden sind Ja hier vorne ist ein Weg mit Schwierigkeit Schwierigkeit Ramses Wie teuer war deine Sackkarre? Ich denke mal so 45 bis 50 Euro Meine Klappsackkarre Das ist die zweit billigste Klappsackkarre von Hornbach Und die kostet nur 32 Euro Und kann ich mega empfehlen für Für mehrtägige Wanderung So ein elendes Das ist ähm Richtiger Jungbirke Die Die sieht so jung und Nicht alt aus Die ist So wie der da Die ist richtig ähm Ja auch genießbar Das hier ist das diese scheiß Kiefer oder wie das heißt Wir laufen jetzt diese nervige ähm Straße hier lang Wo ganz viele ähm Autos und äh Sohnfahrzeuge hier rumfahren Das nervt uns Deswegen laufen wir hier gerade lang Ähm Ein ähm Kollege von Ramses Hat uns äh Hat uns äh Wieder hier nach Hildburghausen Oder wie das heißt ähm Hergeholt Ähm Ich weiß nicht Ich bin irgendwie eingeschlafen Und dann ist es irgendwie passiert Dass ich irgendwie In diesem äh Wagen ähm Aufgestanden bin Ja Und äh Jetzt sind wir plötzlich hier Hier wo wir jetzt hier sind Und das hier ist ja Hildburghausen ähm Im Marktgrund Im Marktgrund Dieser Ramses oder wie das heißt Wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal? Das war wie gesagt immer noch nicht das Ende Jetzt erst mal noch fixen Döner Immer noch Tag eins Und dann wollen wir noch unter der Brügel schlafen Was ihr vielleicht schon gesehen habt Als kleine Special Und jetzt wir alle gemeinsam ne? Da muss man so plätschern So wir haben gerade Döner gekauft Und ähm Darauf dass wir jetzt gerade Döner gekauft haben Ähm Während wir jetzt gerade Ähm Döner fressen Döner fressen Oh mein Die ganze Hand ist schon wieder fettig Bier Power Äh Ramses wo Wo pennen wir heute? Unter der Brücke Wo ich alleine gepennt habe Zum Test Da werde ich euch jetzt rein zerren Und dann könnt ihr da auch mal So wir sind jetzt gerade hier unter dieser Brücke hier Und Ähm Wir pennen jetzt Wir haben uns entschlossen hier unter dieser Brücke zu schlafen Und von daher würde ich sagen Ähm Gute Nacht bis morgen Gute Morgen Man ist auferstanden Ich höre Genau so haben wir heute geschlafen Weil da Diese ganzen Pocken rausgekommen sind Sieht das Sieht das Genauso fertig aus wie mein Kopf So äh hier Sachen sind gepackt Und jetzt gehen wir erstmal Zur Ramses Jetzt müssen wir diesen Schweren Wagen hier hoch tragen Ortschaftsmitte Marktplatz Und dann Guck mal Wir haben hier einen ranzigen Mülleimer gefunden So wir sind jetzt gerade bei Ramses Ähm Ich habe Ramses seine Toilette zugeschissen Und Und Jetzt erstmal ein paar Akkus aufladen Hier Handy Akku und sowas Diese Kühlplastik Teile Die habe ich schon mal bereits in Ähm Gefrierfach reingepackt Damit Damit die auch aufgeladen werden Und dann Und dann wenn das passiert ist Dann Im nächsten Supermarkt Neues Bier kaufen gehen Und noch mehr Sachen Genau das werden wir gleich machen So wir sind draußen Und wir gehen jetzt zu diesen Ähm Rewe So wir sind jetzt ähm Bei diesen Verschmierten Rewe Und Dort werden wir Bier Einweggrill Grillsachen Und noch mehr Sachen Kaufen gehen Guck mal wir laufen hier gerade über diese Brücke rüber Und Ich glaube ihr seht das nicht Aber ich sehe das jetzt auch nicht mehr Aber ich habe eben gerade gesehen Dass hier vorne ein Fisch äh Vorbei geschwommen ist Das habe ich gerade wirklich gesehen Guck mal Das Wetter ist heute schon wieder voll cool zu uns Und wir sind durch diesen Schotter da hierher gelaufen Und jetzt ist hier kein Schotter mehr Sondern so ein Weg wie das hier aussieht Und dann laufen wir bis dann nach da ganz hinten irgendwo hin Hier sehen wir einen wilden Natururin Wie er Wasser trinkt Trinkt? Wasser hat nicht getrunken Weil Hier Jetzt ist dieses Wasser hier an diesem Ohr drin Ja warum machst du das denn da? Fragen? Das nervt mich Da Da hörst du nicht so gut Das ist scheiße Ich mag das nicht Meister Warum heißt Natururin eigentlich Natururin? Weil sein Urin auf Natur besteht Oh 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 Und zwar hier vorne ist ein Bach oder Fluss. Ich glaube, Vera heißt das, oder? Genau, das ist diese Vera oder wie sie heißt. Und weil das ganz viele Kilometer kosten würde, wenn wir nach einer Brücke suchen gehen, werden wir jetzt über diese Vera hier drüber laufen mit unserem schweren Gepäck. Das werden wir jetzt machen. So, jetzt wird mein verschmierten Rucksack da drüber laufen, der so richtig schwer und so weiter ist. Das sieht aus wie ein Sumoringer. Ja, so wir sind jetzt über diesen Bach rüber gelaufen mit den Sachen, die haben wir rüber geschleppt. Das haben wir geschafft. Und guck mal, hier, das hier ist mein Müllsack. Der ist kaputt gegangen. Und guck mal, die sitzen beide hier rum. Das heißt, das ist vielleicht dieser Platz, wo wir heute Nacht pennen werden. Das ist ein Bäuchchen. Äh, ein Jägermeister geprost. Alles Gute! So, wir grillen langsam. Ähm, das heißt... Gleich fällt alles runter. Das heißt, ähm, wir haben, wir haben jetzt hier, hier, ähm, das... Krankheit. Guckt euch das mal an, äh, wie, äh, Ramses, äh, sich diese Mühe macht. Äh, für uns diesen Grill hier anzumachen. Nicht ganz viel Glut und sowas. Dieser Allenweg-Grill. Guck mal, wir sind jetzt gerade hier am Fleischbraten, oder wie das heißt. Äh, Teller! So, jetzt fressen wir. Grillfleisch. Heiß? Schaschlik. Heiß? Das ist Schlauze. Aua, meine Presse brennt. Ich hab... Guck mal, wir haben hier Schassfeuer gemacht. Es brennt. Guck mal, unser Lagerfeuer brennt. Das brennt, brennt hoch. Guten Morgen. Wir sind auferstanden. Hast du das eigentlich, wenn du auf der Seite so liegst, dass sich dein Fett irgendwie so richtig so einquäscht, dass das richtig so unangenehm ist? Guckt euch mal diese ganzen Blasen an. Das sieht genauso aus, als wenn gleich Kaffee fertig ist. Ja. Äh, Kaffee in der Tour zu saufen, ist wie immer geil. Das macht Spaß. Ist schlecht. Jetzt Wanderungstart kommt. Und... Der macht schon wieder die Pusteblumen kaputt. Flatti, ich möchte von dir ein Rülpser hören. wartet dankeschön nicht dafür hier vorne sind alte autos und sowas guck mal hier vorne ist eine feuerstelle und da vorne ein fernseher und ein sitzplatz und hier ist noch was und das ist diese losfläche und da gehen wir jetzt rein hier vorne ist alter computerbildschirm guck mal hier wachsen pflanzen oder wie die heißen und hier vorne wachsen noch mehr pflanzen genau hier hier vorne wachsen diese pflanzen und hier bäume wachsen hier ich habe meinen kopf reingetunkt und jetzt döner fressen wir sind jetzt schon wieder drin bei ramses und wenn wir hier so ein bisschen gesessen haben dann laufen wir weiter und guck mal dieser mann hier ist auch da ist auch mittlerweile hier so wir sind jetzt gerade hier vor diesen verschmierten rewe und jetzt werden wir hier bier und noch mehr sachen kaufen gehen so wir sitzen hier noch immer noch hier rum so wir beginnen jetzt ich bin jetzt auch neu so oder wie der teil ramses bierbauer guten morgen mann ist auferstanden neben mir ist man saulwurf und wir gucken uns gerade natururin an flat die ist vom scheißen zurück ich muss dir jetzt noch mal was wichtiges sagen warte noch was passiert nochmal ach ja genau das was ich hier mitgeteilt haben wir befinden uns gerade hier vor diesen versifften rewe und da werden wir jetzt erst mal bier und noch mehr sachen kaufen gehen wenn ich nicht arbeiten hätte müssten werde ich nicht ganz anders wenn ich nicht arbeiten hätte müssten werde ich nicht ganz anders ich glaube es ist ein leiseres ne es ist ein leiseres ne es ist ein leiseres aber es ist ein leiseres aber ich habe meinen unterdruck dort nicht hingelegt Ey, ich will meine Zunge rumsitzen. Jetzt wird Pizza gefressen. Eigentlich wollte ich nicht beim Essen filmen, aber der Naturin sieht so lustig aus. Beim Essen. Weil der immer so einen komischen Blick drauf hat. Gute Morgen. Man ist auferstanden. Wir gucken uns hier Natururin an. Seht ihr das? Guck mal, der Puffer kommt schon an. Guck mal, Flatti. Da oben. Da ist eine Vollfettbrücke. Guck mal, wir sind hier in dieses eine... Eisenach oder wie das heißt, angekommen. Und der Zug, der wartet auf uns schon. Und deswegen laufen wir jetzt erstmal da rein. So, wir sind jetzt gerade hier in dieses B-Brau oder wie das heißt, angekommen. Und hier haben wir ein bisschen Umsteigezeit. Erstmal darauf ein Bier trinken. Und ich trinke darauf Red Bull. Der Güterzug, der sieht voll lang aus und sowas. Der geht bis nach der Züpfel hin. So, äh, hier. Unser Umstagszug fahrt schon auf uns. Das heißt, wir werden jetzt hier einsteigen. Flatti, der Zug fährt. Sehr schön. So, wir sind jetzt in Göttingen angekommen oder wie das heißt. Und, ähm, hier machen wir jetzt schon wieder einen Umstieg. Ja, und ich habe, ich sehe gerade, unser Zug 19 Uhr 4 fällt leider aus. Also heißt, du kommst noch heute nach Bremen nach Hause. Ich komme nicht mehr nach Hamburg. So, ähm, jetzt wo wir hier eine Stunde gefangen sitzen, weil dieser Zug ausgefallen ist. Ähm, ich habe mal ein Bier aufgemacht gerade. So, ich habe gerade vom Bürgern geholt. Und, äh, unser Zug, der wartet schon auf uns. Das heißt, wir werden jetzt in diesen Zug einsteigen. So, man süfft hier an diesem besieften Zug hier rum. Sitzend. Ähm, genau. Ähm, wir haben was mit dem Schaffner besprochen. So, wir konnten sozusagen die Fahrkarte teilen. Das heißt, von hier aus fährt Flatti bis nach Hamburg nach Hause. Und ich fahre von hier aus nach Bremen nach Hause. So, ich sitze jetzt hier, äh, biertrinkend in Hannover rum. Äh, Flatti ist schon gefahren. Sein Zug ist schon gefahren, deswegen sitzt er da drin und fährt jetzt nach Hause. Und ich muss noch, ähm, lange warten, bis mein Zug fährt. Der kommt, weiß ich nicht, vielleicht in einer dreiviertel Stunde oder so. Und solange ich, äh, auf meinen Zug warte, trinke ich jetzt ganz entspannt ein Bierchen. Guckt mal, wie freundlich hier mein Zug hier vorbeigelaufen wird. Ähm, warte. Ich muss, ähm, ich muss hier einsteigen. So, ich bin jetzt in Bremen-Seewaldsbrück, oder wie das heißt, angekommen. So, ich bin von diesem, äh, Bahnhof-Seewaldsbrück rausgelaufen. Ich bin draußen, mein Wagen ist schon bereits aufgebaut. Und jetzt befinde ich mich gerade auf dem Weg von mir zu Hause bis nach Bremen-Hauptbahnhof. Ungefähr 4,5 Kilometer. Ja, es wird wieder voll cool Wanderung. Und ich glaube, Samstag sollte ganz viel D3-Schafferung kommen. Ja, heute ist Donnerstag. Ich glaube, der sollte ist 29 Grad wert. Prüfen, ob ich schon wieder rötliche Haut bekomme und sowas. Wenn, wenn Samstag roten ist. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Genau. Also, guck mal. Da ganz hinten ist dieser, dieser Bauhaus. Also das hier mit diesem Rot dran. Also da hinten. Es ist dieser Bauhaus, wo ich schon mal die billigste Klappsackkarre vom Bauhaus geholt hab. Und Schrankscharniere. Äh, vor allem, wo ich, ähm, den Treppenhaus runtergelaufen bin, von mir zu Hause, ist, äh, meine Tasche hier abgerissen von meinem Rücken. So, dass ich diesen, ähm, nochmal schnell zusammennähen musste am Treppenhaus. Hier vorne ist diese, diese Naht, ähm, die ich eben gerade vorhin zusammengenäht habe. Äh, im Treppenhaus. Und, äh, wisst ihr, warum das passiert ist, dass dieser hier abgerissen ist? Weil das der billigste Tracking-Rucksack in dieser Größe von ganz Amazon ist. Der hat hier nur 25 Euro gekostet. Deswegen ist das, äh, abgerissen. Hier fahren irgendwie ganz viele Autos und so weiter lang. Wie diese ganz vielen Abgasen und sowas machen. Kennt ihr diese Abgasen? HESCH! HESCH! Ich bin vor Edeka und hier Nico gefunden. Und mein Sack ist kaputt. Das kriegen wir gleich hin. Ähm, aber ich werde erstmal Bier kaufen gehen. So, ich bin einkaufen gegangen. Jetzt erstmal Bier trinken. Gebrost! Gebrost! Guck mal. Ähm, hier vorne ist diese, diese dreckige Weser. Ähm, also da wo diese ganz vielen tödlichen Kram und sowas rumschwimmen. Ich hab euch die Weser gezeigt. Deine Haut sieht so käsig aus. Siehst du, da muss mehr D3-Schäpperung dran kommen. Da muss erstens mehr D3-Schäpperung sein. Komm, vorbei, komm. Und, äh, drauf fallen. Und du musst noch mehr Sport machen. Viel mehr Bewegung und so weiter. Richtig. Birke. Eine Ameise hat mich, ähm, gefressen. Wenn ich diese Blumen hier in die Nase von so einem Mücken reinstecke, dann laufen die weg. Diese Dinger hier, das mögen Mücken glaube ich nicht. Zumindest hab ich, hab ich irgendwie so gelesen. Das heißt, das heißt, wenn, wenn ihr Mückenprobleme habt, dann müsst ihr von diesen hier, die, die riechen ganz komisch. Diese Blumen müsst ihr pflücken. Und die hier gegen die Nase von den Mücken dran stecken. Diese ganzen LKWs, die machen, die machen diese ganz vielen, ähm, Abgasen und sowas. Bier. 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 Uuuchtturm gefunden. Da hat ganz viele Fliegen im Kopf. Uuuchtturm gefunden. Uuuchtturm Bierpower. Bier. Auuuuuchtturm. Guck mal, wir sind hier an dieses Berne oder wie das heißt angekommen und wir laufen jetzt durch dieses Berne oder wie das heißt durch und wenn wir da durchgelaufen sind, dann sind wir auf der Suche nach dem Wildcampzeitplatz. Wir laufen jetzt nach Richtung Darlang. Guck mal, wir haben die ganze Zeit hier diese scheiß Straße, wo hier diese ganz vielen Fahrzeuge hier rumlaufen, die hier die ganzen vielen Abziger und Gase machen und sowas und wir haben endlich nach Kilometern endlich mal so einen Weg gefunden, das irgendwie nach Richtung Darlang hinführt. Ich habe es so entschieden, dass wir doch keinen Tarp nehmen, sondern weil es voraussichtlich über Nacht nicht regnen sollte, dass wir komplett unter freiem Himmel schlafen. Und jetzt ist Fräessen fertig. Ja, so eine Frikadellenbrötchen, die schmecken ziemlich frisch und fastfoodhaft. Guten Morgen, man ist auferstanden. Guck mal, Nico, das hier, das ist meine kleine Dusche. Das? Ja. Oha. Wie? Weil das an der Flasche dran schraubt. Ähm, da sind ganz kleine Löcher drin. Und dann spritzt man sich voll damit. Und dann hat das so eine Duschfunktionwirkung. Guckt euch mal diese ganzen Pickel hier an. Das ist Akne genug, dass das hier, dass der Kaffee fertig ist. Kaffee in der Natur, das ist richtig geil. Ähm, wir sind hier jetzt an dieser, an dieser nervigen Straße hier angekommen. Äh, da wo diese ganz vielen nervigen Autos und so weiter, äh, hier durchfahren. Und diese ganzen Abgasen produziert. Äh, 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 äh. Und die fahren hier drunter durch. Und deswegen bewegt sich die Straße nach oben. Dieser, dieser Schiff da soll mal schneller machen. Ähm, das ist Zeitverschwendung. Diese, ähm, diese komischen Schiffe, die hier vorbeigefahren sind. Das hat, äh, so viel Stau gemacht. Wie was da ganz hinten ist. Da sind überall diese, ähm, versifften, hier, äh, Abgaseproduziermaschinen. Bewegt sich die Schranke nach der Richtung da lang. Der macht Geräusche. Bierpohr. Oh Scheiße, ich habe mein letztes Bier ausgetrunken. Das heißt, wir müssen ein Biergeschäft suchen gehen. Stromkabelhalter mit Fetts dran. Wir sind gerade in Elstpläte oder wie das heißt. Und in dieser Reifeisen-Tankstelle hinter mir, da war ich eben gerade Kot machen. Und ich habe da mal eine Wasserflasche aufgefüllt. Wir haben diesen verschummierten Rewe gefunden. Jetzt können wir da Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Wir haben eingepackt und darauf werde ich jetzt erstmal ein Bier trinken. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke. Ich habe gerade in der Sparkasse Geld gedownloadet und genau und wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Weil genau neben dieser Sparkasse ein Dönerladen ist und weil mein Portemonnaie leer war. Jetzt Dönerfressen Start kommt. Nico, ich habe vorhin Kot gemacht. Mein Rad, wo Gummi dran ist, da sind jetzt Steine dran. Diese Kiesesteine hier, die machen die ganze Zeit mein Gummi kaputt. Das nervt mich. Guck mal, dieses weiße hier vorne, wisst ihr was das ist? Das ist getrocknete Nacktschneckenschleim. Und wisst ihr, woher ich das weiß? Weil heute Morgen, wo ich mir das angeguckt habe, da war das frische Nacktschneckenschleim gewesen. Bier Power Rutschgefahr. Da steht Wilms Harfen drauf. Bier Power Verkehrsreflektor. Hier, Junkerhorn. Schmeckt? Ja. Ist nicht so bitter wie dieses Birkenbaum. HESCHE! Wir haben eben gerade einen Zuschauer getroffen. Der ist mit seinem Elektroauto hier vorbeigefahren. Und er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir in seinem Waldstück da rumpennen. Vielen Dank und viele Grüße an den Zuschauer namens Sascha. So, der Zuschauer, der hat auf seinem Grundstück, was größer ist und was voll geil ist, hier ein Zelt aufgebaut. Und der hat uns dafür eingeladen, dass wir hier in diesem Zelt hier drin pennen werden. Und ja, warum nicht? Nehmen wir das Angebot mal an. Guten Morgen! Wir sind auferstanden. Wir sind hier mit Ziegel auferstanden. Und ich habe hier mal ein Solarpanel hier ausgepackt. Da scheppert der D3 runter. Das ist voll geil. Akne! Akne! Guckt euch mal diese Vollfettflieger an, die jetzt gerade an meiner Isomatte da rumkrabbelt. Die ist bestimmt schon sehr oft auf Scheiße geflogen und hat das gegessen und sowas. Wir sind gestartet und jetzt laufen wir erstmal nach Richtung Varell oder wie das heißt. Weil in Varell, da gibt es Biergeschäfte. Guck mal, hier hängt so ein Schmetterling oder wie das heißt, hier an meiner Hand rum. Das ist hier runter geflogen und das sitzt jetzt hier. Wir laufen jetzt die ganze Zeit so einen Weg mit Schwierigkeit durch. Weil guck mal, dieser Weg, der ist so sandig und so weiter. Und das stört, den Wagen hier rumzuziehen. Deswegen ist das ein Weg mit Schwierigkeit. Oh Scheiße. Die Google Navigation, der hat uns irgendwo und nirgendwo hingeschickt. Weil hier, das ist alles abgezäunt und abgesperrt und so weiter. Jetzt sind wir in ganz, ganz vielen Weg. Diesen Weg mit Schwierigkeit. Vielleicht umsonst gelaufen. Google Maps, der zeigt uns die ganze Zeit an, dass wir diese Richtung hinlaufen müssen. Aber hier ist gar kein Weg. Und hier ist alles zugewachsen und hier drunter ist ein, wer heißt das Ding, ein Graben mit Fluss drin. Mit Flüssigkeiten, hier mit Wasser und sowas. Das heißt, wir möchten den ganzen Weg mit Schwierigkeit wieder zurücklaufen. Bis dahinten, wo dieser Traktor da hinten rumfährt. Da ist ein weiterer Weg. Da gehen wir dann danach lang. So, wir sind jetzt gerade aus dem Weg mit Schwierigkeit. Also von dort kommen wir gerade. Wir sind hierher gelaufen. Zu hier. Hier ist so ein Asphaltweg. Wir sind gerade in dieser Ortschaft hier. Streek oder wie das heißt. Angekommen. Das ist eine Ortschaft vor Varell. Und keine Ahnung. Ich glaube zwar nicht daran, dass diese Ortschaft hier Biergeschäfte hat. Aber wer weiß das schon. Vielleicht hat diese Ortschaft Biergeschäfte und wir können gleich da reingehen. Oh Scheiße, diese Ortschaft hat keine Biergeschäfte gehabt. Aber guck mal. Ähm, da drüben. Da bei diesem Schild. Da steht drauf, ein Kilometer bis Varell. Wir sind in Varell angekommen. Das heißt, wir begehen uns auf der Suche nach Biergeschäften. Wir haben erfolgreich ein Biergeschäft gefunden. Das heißt, jetzt Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Guck mal, da drüben ist McDonalds oder wie das heißt. Und ich dachte mir, dass ich uns beiden so ein bisschen was ausgebe. So, ich habe für uns, ähm, McDonalds Sachen gekauft, damit wir das gleich essen können. Ähm, und ähm, ich sag, ich bin gerade dabei, auf unsere Sachen auch zu passen. Weil Nico, der ist jetzt gerade dabei, die Toilette von McDonalds zu bescheißen. So, Nico ist von, von der McDonalds Toilette bescheißen zurückgekommen. Ähm, das heißt, weil sein Magen leer ist, ähm, weil der das ausgeschissen hat, muss er das wieder füllen. Das ist ganz wichtig. Wir haben aufgefräßen. Aber aufgrund dessen, weil wir, ähm, aufgegessen haben, äh, würde ich sagen, jetzt erst mal zu Dangas oder wie diese Ortschaft heißt, äh, hin auf den Start kommt. Machen wir hier kurz Pause. Da, guck mal, ich hab mir einen Wolf eingelaufen. Also sprich, weil, weil mein Sack so fett ist, ähm, hat das die ganze Zeit gegen meinen Oberschenkel da rumgescheuert. Und diese Oberschenkel-Innenseiten da. Und, weil da ist so wenig Platz dazwischen. Und, und das schmerzt die ganze Zeit, dieses Gescheuer. Ja, hier, guck mal, voll Fettsaunbrand. Wir sitzen jetzt schon wieder an einer Bushaltestelle, weil, ähm, mein Wolf, der wird immer, der, der fräst sich immer stärker durch. Und, ähm, das, das tut weh zwischen den beiden. Und deswegen, ähm, hab ich hier, hier, wie heißt das nochmal, Hirschteig. Ich werde hinter der Bushaltestelle, mich damit, äh, diese Stellen hier reinschmieren. Äh, zur, zur Wolfsverteidigung. Und, weil ich jetzt, äh, Wolf Verteidigung gemacht habe, ähm, haben wir, weiß nicht, zehn Minuten, Viertelstunde oder so, hier, hier eine Pause gemacht. Weil, das hat einfach so heftig's gebrannt gehabt eben gerade. Das war, äh, das, äh, das, das hat Schmerzen gemacht. Hehehehe. Das hat, das hat sich genau so angefühlt wie, wie als wenn ich, ähm, mich in Brennnessel reingesetzt hätte. So ungefähr. Das war unschön. Das gefällt mir nicht. Ähm, aber, aber gut, jetzt hau ich mich erholt. Ähm, und jetzt, ähm, ein Bier trinken weiter zu gelaufen. Voll Fettkäfer. Voll Fettkäfer. Und so viel Fett dran hat dieser Käfer. Das ist so ein richtiger Voll Fettkäfer. Ich hab euch Voll Fettkäfer gezeigt. Wir sind in, äh, Dangas angekommen. Und wir sind jetzt gerade hier an diesem Strand oder wie das heißt. Hier ist dieser Nordsee. Und wir wollten eigentlich da reinspringen. Aber, aber dieser ganze Wasser ist hier weg. Das ist voll scheiße. Das nervt uns. Das mögen wir nicht. Das, das, das Wasser muss, muss hierher kommen. Aber hier in der Nähe pennen wir auf jeden Fall heute Nacht. So, weil, äh, guck mal. Das ist da ganz hinten. Dieses, diese, dieser dunkelblau. Wo Regen und sowas kommen wird. Ähm. Immer wenn man näher zu uns kommt, machen wir uns jetzt auf den Weg so nach da drüben hin. Weil da drüben ist ein Unterstand. Äh, guck mal diese ganzen Wolken hier vorne an. Das kommt immer näher dran. Und, ähm, wir sitzen hier, hier gerade, gerade genauso rum. Äh, unter so'n Unterstand. So langsam dunkle kommt. Und, äh, guck mal, wenn ich dich hier hinstelle. Hier ist die ganze Zeit Regen und so weiter. Was mich nass macht. Da kommt nass, nass runter. Das, das ist flüssig. Das ist feucht. Und deswegen haben wir uns hier drunter gestellt. So, wir werden uns langsam schlafen legen. Von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Guck mal. Nico, der sitzt hier rum. Und der hat heute genau hier gepennt. Äh, und, ähm, ich habe hier gepennt, wo ich jetzt gerade sitze. Ja, aber guck mal. Hier, hier drüben kann man die ganze Zeit Wasser angucken. Weil hier Pocken drin sind, sieht das genauso fertig aus wie mein Kopf. Das sieht richtig fertig aus. Ich habe den Kaffee leer getrunken und, äh, muss scheiße. Ich glaube, ich habe vergessen zu zeigen, wie ich den Kaffee getrunken habe. Ich habe den Boden voll gespritzt. Und, äh, wisst ihr, was das für eine Spritzer sind? Das kommt, äh, von hier. Von meinem Weißkraut. Was ich doch immer da habe. Das habe ich in dieser Mülltüte drin gehabt. Ähm, und diese Flüssigkeiten, was hier rumgespritzt hat. Ähm, das ist da ausgelaufen. Ich habe jetzt, ähm, eben gerade, ähm, diesen Band hier genommen. Und das hier so umgewickelt. Damit das jetzt nicht mehr so das Ganze hier voll... Das ist wie eine Scheiße getrunken. Ja? Ja. Cool. Hast du fein gemacht. Hopp, 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 hopp. Oi, 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 oi. Guck mal. Da rumfliegt der Hinschelfleisch. Das fühlt sich an wie Schafwolle oder wie das heißt. Dieser Schaf sieht so aus als ob der sich vielleicht irgendwie sein Bein gebrochen wird oder so. So, das Schaf wurde vom Schäfer abgeholt. In gerade und das hat wirklich extrem lange gedauert, keine Ahnung. Wir saßen da auch die ganze Stunde rum oder so. Guck mal, wir haben jetzt hier eine Schutzhütte gefunden und diese Schutzhütte hat hier einen Mülleimer. Das ist voll cool, das mag ich. Ich habe hier Frikadelle reingemacht, das heißt langsam Brat kommt. Frühessen ist fertig. Leute, wir sind in Wilmshaven angekommen. Guck mal, ich habe jetzt hier diesen See gefunden und da werde ich jetzt gleich einmal reinspringen, damit ich diesen salzigen Fett film, dass das von meiner Haut runterfällt. Mit Hilfe von diesen Flüssigkeiten, die da vorne rumschwimmen. Ich bin drin. Ach, scheiße. Jetzt habe ich Wasser im Ohr. Guck mal, ich laufe gerade an einer Firma vorbei, die hier diese Vollfetttransportmittel in Farbe Urin produziert. Ich bin bei diesem Treffpunkt angekommen und hier sind noch mehr Leute. Und guck mal, da ganz hinten, da ist ein Kiosk. Ich glaube, ich werde da erstmal Bier kaufen gehen und gleich beginnt Fantreffen seitens von Nico. So, wir sitzen jetzt hier an diesem Treffpunkt rum und es haben sich noch ein paar Leute versammelt und man chillt hier rum. So, wir sind jetzt bei ihm hier zu Hause, bei Timo. Wir haben Essen bestellt, das mit Lieferung und sowas oder sowas. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof von Wilhelmshaven, damit ich dann mit dem Zug nach Hause fahren kann. Mit dem allerletzten Zug, was dann heute noch fährt. Oh, scheiße. Man fährt Bahn. Man fährt rum. Ich bin jetzt in Oldenburg und oh scheiße. Mein Umsteigzug, den habe ich verpasst. Ich habe versucht sofort umzusteigen, aber der Zug ist einfach weggefahren. Weil ich so lange auf meinen Zug warten muss, also anstatt bis zum 12 Uhr 6, äh, um 4 Uhr 6, ähm, habe ich jetzt hier meine Isomatte hier so ein bisschen auseinandergelegt. Ähm, extra, extra damit ich hier so ein bisschen rumlege und vielleicht auch für eine Runde Schlaft tue oder so. Dieser Zug, der ist angekommen. Das heißt, ich werde jetzt in den Zug eindringen. Ich bin gerade im Bremen Hauptbahnhof angekommen und jetzt werde ich zum Straßenbahnbahnhof hinlaufen. Ich bin jetzt gerade im Straßenbahnbahnhof und ähm, meine versifte Straßenbahn kommt an. Ich bin gerade mit der Straßenbahn von zu Hause bis zum Hauptbahnhof hingefahren. Bei den 10 Minuten kommt mein Zug. Und ähm, hier guck mal, ich habe nur 3 Stunden Schlaf gehabt. So, mein Zug nach Hannover kommt an. Jetzt dort einsteigen und dahin fahren. Ich bin ja in Hannover angekommen und äh, jetzt ähm, zum nächsten Umsteighaltestelle. Ich bin jetzt bei der Umsteighaltestelle. Und mein ICE, der hat vielleicht 10 Minuten Verspätung. Was aber in diesem Fall nicht so schlimm ist. Weil ich komme trotzdem zur selben Zeit an. Hoffentlich. Laut Fahrplan. Und das wird das erste Mal sein, dass ich im ICE fahre. Und prüfen, wie viel Beschneudigung das hat. Mein ICE kommt hier vorbeigefahren. Ähm, jetzt wenn er angehalten ist, dann dort einsteigt. Ich bin losgefahren. Und ich weiß noch nicht, ob der Zug schneller ist als mein Kopf. Weil ich glaube, so schnell kann ich nicht denken, um das zu kontrollieren. Meine Damen und Herren, unser nächster Hand ist in der wenigen Minuten in München. Sie erreichen alle gefahnten Züge. Ich bin in dieses München angekommen. Das ist das erste Mal, dass ich in München bin. Oder überhaupt in Bayern. Ähm, jetzt noch eine halbe Stunde Umsteigzeit. Und dann noch eineinhalb Stunden oder so Bahnfahrt. Und dann bin ich angekommen beim Zielort. Ich glaube, dieses Garmisch oder so heißt das. Und da vorne steht mein Zug da vorne schon und wartet auf mich. Noch zehn Minuten, dann ist Ziel erreicht. Nach sieben Stunden und 45 Minuten Bahnfahrt. Gleich endlich diese Maske abziehen. Wo hier diese ganzen Bakterien und Baktus und Karies und Maden und Heuschrecken und Larven und Fledermaus und Vögel und Motten und irgendwelche Grafen und Elefanten und so weiter sich darin vermehrt haben. So, ich bin hier in diesen Zielort angekommen. Garmisch-Partenkirchen oder wie das heißt. Und jetzt werde ich hier Helmut suchen gehen. Hier, ich bin angekommen. Ich habe Helmut gesprochen. Besten Dank für die Einladung. Und vielen Dank für das Züge. Und jetzt Wanderung Tag 1 Start kommen. Wir haben ein Oettinger. Und guck mal, das hier haben wir mit. Zum auf den Rücken tragen. Und dann noch hier diese billigste Klapser Karre von Bauhaus mit Oettinger Bier. Geprost. So, jetzt mit diesem Vollfett-Rucksack. Hier, Wanderungsstart kommt. Das macht er ganz hinten hin oder so. Auf auf die Zugspitze. Wir müssen auch grillen. Guck mal, da vorne ist hier Berglandschaft oder wie das da ist. Da hinten ist auch Berglandschaft. Und da ganz hinten, da ist auch Berglandschaft. Das liegt hier vorne rum. Und das ist voll schwer. Und ich bin da vorne auf den Stromzaun draufgefallen. Weil ich ausgerutscht bin. Das war voll schwer gewesen. Oh Scheiße, mein Stativ ist kaputt gegangen. Das heißt, ich brauche einen neuen Stativ. Ein Anstieg mit Schwierigkeit hier. So, weil ganz viel Regen kommt oder wie das heißt, machen wir genau hier an dieser Stelle hier Lager. Da werden wir unsere Tarps aufbauen. Und man hört, dass das regnet immer doller. Da ist so ein richtiger Starkregen. Cool, oder? Guck mal, jetzt kommt Starkregen. Wir versuchen jetzt diesen Tarp hier aufzubauen. Unsere ganzen Sachen, die waren nass. Find die Heringe. Ein bisschen gefunden werden, Helmut. Guck mal, hier so ein bisschen Tarp sieht man hier. Und diese ganze Flüssigkeit, was von ganz oben hier runterfällt und uns näher. Ja. Könnte man das hier rüberziehen? Ja. Genauso wie das hier. Das da rüberziehen, genau, das ist besser. Und dann, wo man, keine Ahnung. Das sind reinregend. Genau, dass man das hier komplett geschlossen hat. Hier drunter kann man rumpennen und so weiter. Da haben wir so ein paar Sachen trocken gelegen. Und, guck mal, eigentlich hätten wir uns diese Mühe nicht gebraucht. Weil, weil hier, hier ist eine Hütte, wo hier ein Dach oben drauf ist. Und deswegen war das eigentlich, ja, und deswegen war das eigentlich theoretisch umsonst gewesen, dass wir Tarp fürchtig aufgebaut haben. So, hier ist unser Hütte für die erste Feuerstarter. Warum, das ist zum Fressen da? Ah, meine Augen, Augen, Schmerzen. Von, von das hier, von diesen, von diesen Dampffassaden hierherkommt. Hier, hierherkommt. Hier, guck mal. Äh, Helmut hatte diese, diese Bohnen immer in Tarp drin gehabt. Und, ähm, auf frischer Tart ertappt, ähm, hat er an der Maus gesehen, wie er das, wie diese Maus hier das hier weggefressen hat. Die, die, diese, diese Loch hier, hier an diesen, diesen Kaffeeboden. Geil, oder? Prüfen, ob heute Nacht irgendwie, irgendwelche Mäuse meine, meine Ohren oder Nasen an Fressen tun. Da bin ich sehr gespannt drauf. Kartoffeln müssen braten. Da müssen irgendwann, da muss irgendwann ein bisschen mehr braun und, äh, fest dran kommen. Gute Morgen, wir sind auferstanden. Helmut hat Grill angeschmissen. Mit Grillfleisch und Kartoffeln. Und, ähm, das heißt, gleich essen. Fleisch. So, Frühstück ist fertig. Erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Ich hab Falschdruck gemacht. Dieses, dieses Wasser, was hier an diesem Kaffee drin war, das ist, äh, hier, wie heißt das Ding nochmal? Flusswasser. Ich hab Zähne gewaschen, vorhin. Naja, ist auch dieses, dieses leckere, äh, hier, Flusswasser trinken. Er ist richtig geil. Den brauchen wir, ähm, zum Trocknen, weil es geregnet hat. Ja, genau. Cool, oder? So, ich hab diesen Vollfett-Rucksack gerade an. Und dann guck mal, hier vorne, hier vorne geht das weit runter, oder wie das heißt. Das ist, ähm, ja genau. Und da ganz, da ganz unten, da ist, ähm, ein, ähm, hier, da läuft Flüssigkeit rum. Und hier, da drüben, da fällt Wasser runter. Seht ihr das? Ich hab euch, ähm, ein runterfallenes Wasser gezeigt. Holzbalken gefunden. Holzbalken. Noch mehr Holzbalken gefunden. Holzbalken. Ganz viele Holzbalken gefunden. Holzbalken. Das hier vorne ist ein Weg mit Schwierigkeit. So, ein Weg mit Schwierigkeit. Hm, strengt, strengt auf jeden Fall an. Ja, das viele Gepäck, das strengt an. Da hinten ist, ist voll Fettausblick. Ja, richtig Pferdwasser. Schade, dass wir kein Bier mehr haben. Muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man hier nicht irgendwie runter stolpert, oder so. Dass man hier runterfällt. Aber wenn man hier runterfällt, dann kommt vielleicht, sagen wir, welche Gehirnzellen, die zerplatzen dann uns. Ähm, keine Ahnung, da kann man nicht mehr denken. Voll Altbirkenbaum. Das hier, das ist voll die ultraklare Wasser. Richtig klares Wasser. Ja, weiter geht's, äh, am Fluss entlang. Guck mal, äh, voll Fettgestein gefunden. Da geht's bis der ganze hier oben hoch hin. Ja, sieht schon ganz hilfreich aus. Voll cool ausblick. Vor allem, wenn ich das Ding hier aufsetze, da bin ich die ganze Zeit total auf Schwitzen und rumölen und sowas. Da, da läuft diese ganze, ja, diese ganzen Öltropfen, die, die fallen auf dem Boden drauf. Und, ähm, aber sobald ich das abgesetzt habe, dann kommt, dann, dann verwandelt sich das Schweiß ganz schnell in Kaltschweiß. Und, dann friert man ganz schnell. Und da ist es voll widerlich dann. He, wenn man den abgesetzt hat. Jetzt weiter zu gelaufen. He, he. Ah, das drückt einfach runter. Aber guck mal, das da oben, das sieht voll cool aus. Dieser, dieser Blick da oben. Diese, mit diesen voll Fettfelden und Scheiben und sowas. Wir haben hier die Bockhütte gefunden. Wir sind da angekommen. Ganz erstmal, was zu essen und Bier kaufen. So, Rucksack abgesetzt. Und, ähm, ich hab jetzt voll das Schüttelfrostgefühl. Jetzt endlich ein Bier trinken. Oh, jetzt aber kann man empfangen. Für Prost. Für Prost. So, äh, hier, Suppe mit Würstchen drin. Ist fertig. Kann man das, äh, rein machen. Hm. Minderbar. Leute, das ist schon wieder etwas passiert. Guck mal. Meine Hose ist gerissen. Jetzt hat mein Sack noch viel Luft, äh, noch viel mehr Luft drin. Cool, oder? So, jetzt, ähm, Wanderungsfortsetzung, Start. Und wir gucken mal, hier, das ganze blaue Wasser hier vorne an. Wir laufen immer noch hier an diesem, diesen Fluss mit Farbe blau lang. Weil die sind, genau, wo die ganzen Flüssigkeiten hier blau rumsplitzen. Und ich hab mal ein Pullover ausgezogen, weil hier sind die Temperaturen plötzlich so ein bisschen wärmer. Wie langsam dunkle kommt. Und, das heißt, ich werde jetzt mal eine nervige Kopflampe anmachen. Bei uns den, den Weg beleuchten. So, wir haben Ziel erreicht. Und jetzt gleich, ähm, hier, ähm, ein bisschen was zu essen holen. Wir waren gerade bei dieser Hütte. Und, äh, oh Scheiße, die haben uns doch abgewiesen gehabt. Die haben uns doch nichts zu essen gegeben. Weil wir ein paar Minuten zu spät sind oder so. Äh, und die, keine Ahnung, war Scheiße. Das heißt, äh, jetzt weiter zu gelaufen. Und nach einem Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Äh, wir haben spontan einen Wildcamp-Zeltplatz gefunden. Und zwar hier, auf diesem Boden hier vorne. Und, guten Morgen. Wir sind auch verstanden. Äh, gleich Würstchen kochen. Mit Brot. Die Würste werden gekocht. Das ist unser Frühstück. Und das da hinten, das ist diese Aussicht. Kaffee ist fertig. Die Sachen sind gepackt. Und jetzt Wanderung Tag 3 Start kommt. Wir laufen jetzt, äh, mit zur Knorrhütte oder wie das heißt. Fressen gefunden. Da hinten, da, da, da läuft blaues Wasser aus. Äh, guck mal. Da wo die ganzen Leute da vorne sind, äh, da müssen wir mit Beinen hochlaufen. Ich habe das Gefühl, dass mich gleich der Wolf ein bisschen fressen. Und, ähm, dass das so langsam, ähm, anfängt mich zu fressen. Und, ähm, damit das, damit das weniger wird, ähm, mache ich hier so ein bisschen Wolf-Verteidigung drauf. Äh, es wird gleich brennen, auf jeden Fall. Da sind schon wieder ganz viele Öltropfen vor mein Gesicht runtergefallen, auf die Erde drauf. Noch mehr Weg mit Schwierigkeit. Äh, guck mal. Wir haben hier, äh, Flüssigkeiten gefunden, die hier am Fels hier rumtropfen. Und was bei uns so ein bisschen an Wasser mangelt. Ähm, da haben wir hier eine Tasse hingestellt. Und lassen das so ein bisschen füllen. Äh, die Tasse ist ein bisschen aufgefüllt. Mit, ähm, diesem Felswasser. Jetzt, äh, prüfen wie das schmeckt. Schmeckt eigentlich total wie richtig gutes Wasser. Und schön kalt und so weiter. Hat ziemlich, ziemlich felsiger Geschmack. So ist es steinig irgendwie. Aber, da kann man dringend. Hier vorne fließt noch mehr Wasser. Und hier sieht das so aus, als wenn das noch schneller gehen würde. Ach so, habe ich ganz vergessen zu sagen. Zu erwähnen. Helmut läuft die ganze Zeit in Crocs rum. Das hört sich gut an. Hier sind überall ganz viele Steine und so weiter. Äh. Was man, die ganze Zeit mit diesem Weg, mit Schwierigkeiten, wo ganz viele Steine und so weiter sind, da hochlaufen. zur Knorrhütte. Von da unten sind wir hochgelaufen. Und jetzt die letzte, ähm, voll, voll Schwersteigung hier. Da muss man hier rumklettern mit, äh, Füße und Hände. Guck mal. Da hinten, da ist voll cool aus Sicht. Ähm, und von dort unten kamen wir hier hochgelaufen. Ähm, hier vorne sind, äh, Schafe, gefressen Gras. Und da oben, wo das Gebäude ist, ähm, da ist dieser, diese Knorrhütte, wo man Bier und noch mehr Sachen kaufen kann. Und, ich mache jetzt hier vorne die letzte Sitzpause, bevor wir dann weiter noch da ganz oben hingehen, zur Knorrhütte, um dort Bier zu trinken. Die Junge sind hier gierig. Ich glaube, die haben hier meinen verschwitzten, ähm, ölgefetteten, mit Salz belagerten Schweiß, ähm, geworfen. Und, äh, wollten das erfressen. Hier auf dieser Knorrhütte, da machen wir Bierpause. Und, mit Essen. Oh, scheiße. Ich habe Bierausscheidung gemacht. Egal. Da trägt die Hose mit. Langsam tropft das. Vielleicht kommt gleich richtig stark Regen. Prüfen, ob das, ob das, ob das kommt. Wir haben hier auf diesen Tisch, äh, Tarping gestellt. So, wir sitzen jetzt gerade hier an diesem Tarp rum. Und jetzt gibt's hier hier Gehirngulasch. Mit Spaghetti. Das hat gekocht. Und das, dann fressen wir das. Auf Ex. Aber so richtig. So, ähm, fräsen ist fertig. Hier Gehirngulasch mit ähm, Spaghetti. Prüfen, wie viel Geschmack das hat. Wir haben gut gefräst. Hier, hier drin. Und, äh, es richtet immer weiter. Und, ähm, weil wir mit Fressen zu Ende waren, äh, wir werden hier pennen. In dieser, ähm, ähm, Knorrhütte. Guten Morgen. Mann ist auch verstanden. Ich glaube, ich geh gleich erst mal duschen. So, ich war gerade warm duschen. Ich hab gerade Zähne geputzt in der Waschküche. Und jetzt erst mal Sachen zusammenpacken. Weil da Wanderung Tag 4 Start kommt. Jetzt Wanderung Tag 4 Start kommt. Und weil wegen ganz viel Nieselregen und sowas, äh, hab ich mal einen nervigen gelben Sack angezogen. Wir laufen jetzt bis zur Zugspitzplatte. Da drüben, dieser weiße Fleck, das ist Schnee oder wie das heißt. Schon wieder Schnee gefunden. Noch mehr Schnee gefunden. Hier vorne liegt noch viel, viel mehr Schnee rum. Äh, ein Weg mit Schwierigkeit. Guck mal, schon wieder ein Weg mit Schwierigkeit. Was man schon wieder mit, ähm, sowohl mit Füßen als auch mit Händen hochlaufen. Ja, hier kann man auf jeden Fall fies abrutschen. Ich hab leider kein Bier getrunken. Aber ich habe hier eine Bier-Power-Stange gefunden. Zum Bier-Power machen. Bier-Power. In diesem Vollfett-Rucksack, was ich die ganze Zeit getragen habe, die ganze Tour über, ähm, da waren zehn rohe Eier drin gewesen. Und die sind bis heute nicht kaputtgegangen auf der gesamten Tour. Ähm, das heißt, wir machen gerade eine Verstärkungspause mit, ähm, hier gekochten Eier, ähm, Speck und Brot. Jetzt, äh, Kaffee trinken. Und, ähm, oh Scheiße, mir ist aufgefallen, dass meine Hose hier noch stärker gerissen ist als vorher. Das heißt, dass ich habe jetzt noch mehr Luft im Sack. Wenn die Hose noch weiter aufreißt, dann werde ich das zusammen nähen, extra damit nicht mehr so viel Luft im Sack drin ist. Guck mal, langsam kommt immer mehr Wolken und so weiter. Das heißt, wenn hier immer mehr Wolken kommen, dann wird das hier immer dichter und dichter. Dann sehen wir vielleicht diese Strecke nicht und das wäre vielleicht problematisch. Ach, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Scheiße. Leicht verlaufen. Nochmal hier runter laufen und dann nochmal nach oben laufen. Und dann irgendwo da oben, da sollte die Route weitergehen. Umweg hat auf jeden Fall Kraft gekostet und Zeit. Sonnenalpin Seilbahn. Noch zehn Minuten nach Richtung da lang. Da oben ist diese Seilbahn, oder wie die heißt. Ja genau, das ist das. Gletscherbahnhof, Zugspitzplatz. Genau, das war unser Ziel gewesen. Jetzt wird ein Lüft hochfahren Start kommen. Weil wir jetzt bei der Zugspitze angekommen sind. Jetzt darf erst mal gleich ein Bier trinken hier an diesem Restaurant. Wir sind hier. Und darauf, dass wir jetzt auf der Zugspitze komplett oben drauf sind. Dann werden wir erst mal ein Bier trinken. Prost. Noch ein letztes Mal Berg steigen. Hier runter. Und dann hier hoch. Und dann da oben zu diesem Kreuz drauf. Und jetzt da hinten hochklettern Start kommt. Ja, geht schon tief runter da unten. Ja genau, hier. Ein falscher Tritt. Und dann fahre ich den ganzen Berg runter. Den ganzen höchsten Berg von Deutschland. Diese ganze Klippe da ganz hinten. Aber jetzt erst mal, dass ich da hochkomme. Da wo dieser Gold dran ist. Das ist die Spitze. Wir sind hier angekommen. Und wir haben hier Besuch von diesem Hähnchenfleisch. So und darauf, dass Helmut und ich erfolgreich die Zugspitze erreicht haben. Wenn wir darauf jetzt ganz genüssig hier drauf ein Bier trinken. So ist es. Prost. So, wir sind wieder zurückgelaufen. Mit Beine. Wir sind Bier trinkend hier zurückgeklettert. Wenn man da einen kleinen Fehler macht. Aber so einen richtig kleinen Fehler. So einen ganz dummen Fehler. Dann fällt man runter und dann fällt man ganz doll auf den Kopf. Prüfen wie viel Gehörzelt danach wegfallen. Wenn man so viel Meter auf den Kopf fällt. Aber wir sind hier sicher rübergekommen. Wir sind jetzt im Lüft drin. Und jetzt herunterfahren starrend kommt. Und dieser Lüft, der ist anders als der andere Lüft. Guck mal. Der hat hier so ein Vollfettfenster. Ich glaube da vorne ist Ende. Hier, unser versifftes Zug, der ist angekommen. Jetzt werden wir hier einsteigen. Und zurück zu hier Garmisch hinfahren. Der Zug ist losgefahren. Und jetzt bis dorthin fahren, wo wir aussteigen. So. Wir sind jetzt aus dieser Bahn ausgestiegen. Hier haben wir Böhrer King gefunden. So, Essen ist bestellt. Wir haben das Essen aufgegessen. Und jetzt gehen wir zum Schließfach. Um die ganzen Sachen umzuräumen. So. Die Sachen sind gepackt. Und guck mal. Helmut hat auch so eine Vollfett-Klappster-Karre. Die ist viel besser mit diesen Vollfettreifen, als die zweitwilligste Klappster-Karre von Hohanbach. Wir sind gestartet. Und jetzt nach einem Biergeschäft suchen gehen. So. Wir haben hier eine Shell-Tankstelle gefunden. Und das sieht so aus, als ob der Bier drin hat. Als ob das ein Biergeschäft ist. So eine Bier-Tankstelle. Kehrt ihr diese Bier-Tankstellen? Die sind immer richtig geil. Deswegen gehen wir da jetzt rein und kaufen uns Bier. Gebrochen. Gebrochen. Aber jetzt weiter zu gelaufen. Ich habe gerade meinen Pullover ausgezogen. Weil hier ist eine wunderschöne schwüle Luft, die schön warm ist und so weiter. Das gefällt mir. Und langsam ist so viel dunkler gekommen, dass ich jetzt meine versiffte Kurpflampe hier anmache. So. Wir sind hier in dieser Hütte angekommen, wo wir erste Nacht gepennt haben. Und das war viel, viel, viel einfacher, damit das hierher zu fahren, als mit so einem Vollfett-Rucksack. Schlafplatz ist aufgebaut. Hier unten pennt Helmut. Und hier schlafe ich. Wir haben jetzt diese Uhrzeit. Und weil morgen früh um 5 Uhr, genau Punkt 5 Uhr, dann ist unser Zug kommt. Sowohl meiner als auch Helmut seiner. Müssen wir, und wir weiß nicht, vielleicht eine Stunde von hier entfernt sind. Müssen wir auf jeden Fall schon, keine Ahnung, 3, 3 Uhr, 3.30 Uhr ausstehen und einfach losgehen. Ich bin überhaupt gar kein Frühersteher. Früher ausstehen, da könnten bei mir Hörner aus dem Kopf wachsen. Aber egal. Darauf werde ich, ähm, darauf, weil, damit ich morgen noch schlechter wach komme. Und ich vielleicht wie so eine Ziege spielen könnte, wenn, wenn so früh losgehen und die ganzen Kilometer durchlaufen und zusammenräumen und so weiter. Darauf trinken wir erst mal ein Bier. Das Besteck ist fertig geschnitzt. Und, äh, damit werden wir, ähm, das Essen hier in uns, ähm, verspeisen. Fressenstart kommt. Ja, wir haben jetzt diese Uhrzeit hier, ähm, 0 Uhr 47, ähm, 3 Uhr klingelt der Wecker. Ja, ich werde, ähm, ich werde mich so ein bisschen schlafen legen. Guten Morgen. Man ist auferstanden. Und wir haben jetzt, äh, diese Uhrzeit. Wir sind gestartet, ähm, und weil wir jetzt gerade gestartet sind, ähm, sind wir gestartet, zum Bahnhof hinzulaufen. Der Weg runter, da ging ganz schnell. Ähm, wir sind gleich in Garemisch angekommen. Also, wenn wir in Garemisch angekommen sind, dann noch so ein paar hundert Meter laufen. Und dann sind wir auch beim Bahnhof angekommen, bei den Schließfächern. Und in etwas weniger wie eine Stunde fährt unser Zug los. Äh, wir sind sehr gut in der Zeit. So, wir sind jetzt beim Bahnhof angekommen. Und jetzt werden wir hier diese Sachen rausholen und, äh, umsortieren. So, die Sachen sind einsortiert und, ähm, eingepackt. Ähm, und in zehn Minuten fährt der Zug los. Also passt perfekt. Und jetzt, äh, zu Gleis 2, zu Gleis 2 hinlaufen. Äh, der Zug, der wartet schon auf uns. Wir sind im Zug drin. Und jetzt, von Garemisch bis nach München hinfahren, Start kommt. Der Zug ist abgefahren. Ich bin jetzt in München Hauptbahnhof angekommen. Guck mal, mein ICE, der kommt hier Reutekotranzig vorbei geschoben. Der ICE fährt irgendwie schneller, als ich mein Kopf denken kann. Ich bin gleich in Nürnberg angekommen. Und dieser Zug hat sieben Minuten Verspätung. Und, äh, ich habe nur zehn Minuten Umsteigzeit. Das heißt, wegen sieben Minuten Verspätung habe ich nur drei Minuten Umsteigzeit. Oh, scheiße. Kaum Umsteigzeit gehabt und ich habe hier nirgendwo einen Fahrstuhl gesehen. Ich musste den ganzen Scheißwagen ganz schnell Treppe runter, Treppe rauf. Ich habe den Platz gewechselt. Weil das hier hat einen Tisch, worauf ich mein Bier abstellen kann. Aber, ne, wirklich. Wenn ich eine Minute, ähm, spät angekommen wäre, dann wäre der Zug weggefahren. Ich bin in dieses Bremen angekommen. Und jetzt erstmal aus dem Bahnhof rauslaufen. Ich bin aus dem Bahnhof ausgelaufen. Und jetzt befinde ich mich hier auf diesem Straßenbahnbahnhof. Warte, guck mal. Meine, ähm, meine Straßenbahn kommt hier, ähm, herangeschoben. Und werde jetzt hier einsteigen und nach Hause fahren. Das mache ich jetzt. Ich bin in den Hauptbahnhof angekommen und jetzt, äh, zu Gleis 7 hinlaufen. Dort werde ich gleich Nico treffen. Ich habe ihn hier getroffen. Jetzt fahren wir, äh, nach hier Friedrichshafen. Friedrichshafen. Genau. Wir haben jetzt gerade, ähm, kurz nach 10. Und ungefähr, ähm, gegen Mitternacht kommen wir an. Oder kurz davor. Aber jetzt hier zum Zug einsteigen. Wir sind eingestiegen, der Zug ist losgefahren. Wir sind in, äh, Hannover angekommen. Und das ist unser, ein Umsteigbahnhof. Äh, Haltestelle. Unser, unser Zug, der steht hier schon. Der wartet auf uns. Wir sind in, äh, Göttingen angekommen. Jetzt einmal Gleis wechseln. Wir sind jetzt auf diesem anderen Gleis drauf. Und hier, unser Umsteigzug, der wartet schon auf uns. Und ich meine zu erinnern, dass das hier ein Bierzug ist. Das heißt, ich, ich kann hier ein Bier trinken. Ich habe hier gerade mal ein Bier ausgetrunken. Und hier, guck mal, ich steck das hier in diesen Biermüll einmal rein. Und hier ist, hier ist noch eine Bierflasche von, von fremden Personen. Sehr gut. Ein wunderbarer Biermülleimer. Wir sind in dieses neue Dietendorf angekommen. Und wir müssen, wir sind jetzt gerade auf Gleis 1 und wir müssen zu Gleis 2 rüber zugelaufen. Unser Zug, der kommt hier angerollt. Jetzt werden wir hier einsteigen. Ach nee, das war doch nicht unser Zug gewesen. Wir sind da eingestiegen, äh, haben wir nachgefragt. Und nee, das war doch nicht nach, nach dahin, wo wir hin müssen. Das hier, das ist unser Zug. Der kommt angerollt. Hier werden wir einsteigen und der führt uns dahin, wo wir hin müssen. Boah, voll Fettbrücke. Guckt mal, da hinten. Da hatte gerade eben etwas passiert. Und zwar, ich musste Urin machen. Und, ähm, ich habe diesen Urinbecher, also diese Toilette. Toilettenschüssel heißt das, glaube ich. Aus Metall. Genau. Ähm, den habe ich ungefähr zu drei Viertel voll bekommen. Und als ich dann fertig war und kurz vorm Spülen war, da ist ungefähr, da hat der Zug einen Ruckler gemacht. Der hat geruckelt. Und, ähm, dann ist ungefähr die Hälfte von diesem gesamten Urinbecher Inhalt auf dem Boden geklatscht. Ich kann nichts dafür. Der ganze Boden ist nass geworden. Und, und, ähm, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich nicht den Sitzen gepinkelt habe. Also, was das hätte ich eigentlich abbekommen? Inseekt gefunden. Kierenkraftwerk. Radioaktivität. Beschädigungen. Da hinten. Seht ihr das? Wir sind in Würzburg angekommen. Und das hier, das ist ne richtige Ritze hier. Aber sowas von. Ich habe McDonalds abgegessen und, ähm, ich habe neues Bier gekauft. Im Kiosk. Und, ähm, und hier, guck mal. Das ist der Troichtlingenzug. Und der Zug ist voller. Deswegen sitze ich hier auf meinem Stuhl. Äh, Hocker. Auf diesen, diesen Vollgenähten. Wir sind in Troichtlingen angekommen. Und, äh, jetzt, ähm, hier. Wie heißt das Ding? Gleiswechsel nach hinten. Scheiße, der, der Zug, den wir erwischen müssen, der fährt auf Gleis 1 und wir haben jetzt nur noch zwei Minuten Zeit. Weil wir, weil wir das vorher nicht wussten. Wo ist es gleich da? Jetzt hinten. Jetzt geh hoch. Mach jetzt. Ah, jetzt geht, äh, geht das erst zu. Genau jetzt ab. Bahnsteig. Oh, super, äh, gerade, gerade so, äh. Ja, ja. Aber sowas hast du, äh, laut Fahrplan, Gleis, Gleis 5. Ist verrückt gegangen. Und das ist sowieso ohnehin schon knapp gewesen. Und da steht da drauf, ähm, Umleitung auf Gleis 1. Äh. So. Wir sind jetzt bei der Umstreakhaltestelle. Äh. Und jetzt, äh, genau hier ist unser, unser Umstagszug. Wie gesagt, so wie das ist, äh, genau. Ulm. 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 Aber was ist das für ein Ulm Bahnhof? Das ist ein richtiger Ulm Bahnhof. Alter. Ulm. 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 Ja, ja, ja. Das riecht nach Urin. Oh, das riecht nach Urin. Oh, das ist doch versiffte Bahn. Jetzt können wir also hier irgendwo oder mal zurück kommen. Oh, ja, man. Ja, Mann. Ja, wir haben mit so viel Gepäck noch nie so schnell gehört. Bier Power. Wir sind ausgeschieden vom Zug. Da oben steht das drauf. und jetzt haben wir hier diese 14 stunden wie viel das waren durch durchgemacht was scheiße das hat das hat kein fachstuhl endlich diesen diesen versifften lappen vom gesicht abziehen das hat aber auf jeden fall ganz viele bart beschädigungen gemacht leute guck mal hier bevor wir losgelaufen sind habe ich hier vorne gefunden und wir haben jetzt halb 0 und dieser rewe sollte um 00 uhr erst schließen das hört sich gut an das heißt das heißt wir werden hier so eine runde einkaufen gehen dieser ich muss mir erst mal diese flanken aufmachen damit ich blenden kann der große mann der hat hier eine rute gefunden wo er hinlaufen mit beine zu dorthin wo wir hinlaufen wir haben hier schutzhüte gefunden das ist so eine ganz kleine mit einem tisch hier eine bank hatte ich eine bank und die heuferneier springen rum die sind genau die sind so fertig für meinen kopf die möben die springen genauso wie procken krankheiten raus deswegen ist das ist meine soße fertig bloknese soße es kommt dann hier drauf leute guck mal ich glaube dass hier das ist diese schutzhüte die gemeint worden ist weil hier ist eine komplette überdachung mit mit ein paar bänken und so weiter ich glaube wir platzieren unseren schlafplatz hier hin genau dass wir uns hier auf dem boden hinlegen mit der überdachung ja genau das machen wir so man ist wach geworden weil hier die sonne die strahlt mehr gegen meinen mund ja hier nico schon viel früher wach weil sein auge tut weh oder der da hat was da drin oder dran aber genau deswegen sind wir wach guckt guckt euch mal nikos auge an dieser also diese auge hier er ist ein bisschen angeschwollen vielleicht haben ihn so ein paar milben attackiert das angefressen dass es sich so angeschwollen ist der sumpf bewegt sich das sieht gut aus wir laufen jetzt gerade durch friedrichshafen tagsüber durch und gefällt mir schon mal und was ist so richtig erstaunlich finde die luft ist hier extrem gut können meine gehirnzellen schneller wachsen bei dieser geilen luft wir sind beim bahnhof angekommen und er muss hier über die toilette sowas von benutzen so die benutzung der toilette ist abgeschlossen und hier ich habe im meckes gekauft jetzt werden wir hier eine runde bei rewe einkaufen gehen geprost und nachher wir müssen zu diesem fan treffen das ist schon gleich bin auf jeden fall gespannt wie leute kommen tonverändert getroffen das geht was geht ja freut mich dich mal kennenzulernen ich auch tonverändert ist zwar andere kategorie wie bei mir aber aber der reichweite aber ich bin nur wegen jetzt nico gekommen ja vielleicht ein gewisser fällen sehr schön das hier das ist bodensee oder wie das heißt aber wer ist da noch nie hier gewesen einfach fahren gleich ist der wenz weg jetzt mit der aufgestreckten arme hier genau dass das ding hier was ich heute was wir heute morgen gesehen haben wir sind hier bei edeka angekommen und nico ist bereits schon drin und einkaufen ich stehe hier draußen rum aber wenn er zurück eingekauft hat dann werde ich dort auch noch mal ja ich werde ein bisschen bier kaufen gehen die sachen sind eingepackt und jetzt erstmal bodensee angucken gehen wir sitzen hier rum und genießen ein bierchen groß allein auf diesen anblick da muss man ja mal genießer bier trinken ja und zwar hier guck mal da hinten das ist bodensee mit der ganz hinten berglandschaft von von österreich und schweiz glaube ich zeppelin fliegt zeppelin luftballon fliegender luftballon guck mal guck mal da ja die sonne die geht langsam weiter runter wir müssen uns gleich auf dem weg nach dem wild camp zeltplatz ausschauen machen dieser große typ hier der navigiert der hat eine schutzhütze navigiert oder sowas so was sie nach sich nur so ein stück ungefähr ich hab was am ohr das drückt richtig geil fantastisch guck mal noch nie eine sohne jet tankstelle gesehen mit ja gut das hat immer farbe urin aber nicht in diesen blumenform diese urin farbige blumenform das sehe ich gerade zum ersten mal hier guck mal ich bin in fieschbach angekommen richtig geil weil da steht fiesch dran ich bin das erste mal hier prüfen wie das aussieht wenn man hier lang läuft wir sind vielleicht nur 100 meter von dieser schutzhütte entfernt wo wir eigentlich hinwollten aber wir hören da überall ganz viele jugendliche haben feiern und so weiter in dieser schutzhütte also gut wenn man wenn man da irgendwie jemand kennt oder so dann warum nicht dann gesellt man sich zu und feiert einfach mit und pennt dann irgendwann dort aber weil wir da überhaupt gar niemanden kennen weiß man halt nicht wie man wie die wiederum ticken das hört sich schon böse an aber genau deswegen haben wir uns entschieden da nicht hinzugehen wir wollen nicht dass die dass die unsere ganzen sachen hier klauen und so und so und weg hier berauben und sowas das wollen wir nicht und ja genau deswegen deswegen haben wir uns überlegt auf der suche nach einer neuen schutzhütte zu machen ja ja da hinzugelaufen zum wald zu das was jetzt nie gut navigiert hat leute wir haben die schutzhütte gefunden und diese schutzhütte hier vorne das ist so ein richtiges prachtexemplar es ist eben gerade etwas passiert und zwar das ordnungsamt ist her gefahren nachdem wir fünf minuten hier waren so ungefähr und dir die haben gesagt dass es verboten ist hier hier zu schlafen hier diese schutzhütte wo wir die ganze zeit gesucht hatten nach einer schutzhütte wobei ich mich frage wofür sonst schutzhütten überhaupt überhaupt gebaut worden sind wenn man da nicht verweilen darf das ordnungsamt hat meine personalien aufgenommen und wir haben das so geregelt dass wir spätestens um sieben uhr morgens wobei es so ein richtiger langschläfer bin und ich es hasse irgendwie so früh aufzustehen und wir haben schon ein uhr morgens und ich hasse es unaufgeschlafen irgendwie aufzustehen morgens früh mit dem gesagt dass das dass wir spätestens um sieben uhr morgens hier weg sein müssen ich muss gleich meine meine makaroni hier hier braten fräsen ist fertig guten morgen der wecker hat uns aufgeweckt und man tut scheiße wegen den ordnungsamt von gestern sind wir gezwungen spätestens in einer halben stunde hier hier die sachen gepackt sein und hier weg zu gehen und total unverständlich warum man hier nicht einfach verweilen kann und pennen kann und sowas so die sachen sind vollständig gepackt und in vier minuten müssen wir spätestens hier weg sein die wollen hier um punkt sieben noch mal hier kontrollieren wir sind total müde das ist voll idiotisch endlich nach gefühls keine ahnung eineinhalb stunden oder so bundesstraße laufen haben wir hier endlich den waldweg gefunden so wir haben jetzt den schlafplatz aufgebaut und wir werden jetzt so ein paar stunden hier schlaf nachholen guten morgen wir sind wach geworden wir haben ein paar stunden schlaf nachgeholt und man hat auch ein bisschen scheiße geschlafen weil hier überall mücken sind die sind hier rum geflogen und haben uns auf den kopf und so gestochen gestochen und und ja hier auch und so und deswegen und deswegen habe ich dann über überlegt diesen den schlafsack dass ich so schlafe genau also sprich dass ich weniger luft habe beim schlafen weil das da so schlecht durchkommt und dann irgendwann wurde das immer wieder auf total heiß und so weiter ich hab das voll geschwitzt ich hab richtig geschwitzt beim schlafen nur wegen 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 diesen schutz dass ich das dass mir diese diese mücken nicht den in wie heißt das ding gegen meinen kopf und sowas stechen und guck mal dieser große mann hier der ist auch schon wach und hier weil er das noch nicht gemacht also weil er das zu spät gemacht hat hat die in eine mücke hier auf seiner lippe gestochen die ist voll fett ich habe die kille so wir haben ja so ein bisschen rumgechillt und ich denke auf mein kaffee verzichte ich heute weil das wird immer später und später und irgendwie weiß ich auch nicht aber ich hätte die lust verloren kaffee zu saufen aber guck mal wir haben hier sachen sind gepackt und die jetzt der friedrichshafen hinlaufen start kommt guck mal da drüben ort schild dafür steht friedrichshafen drauf finder Ja! Winken. Winken. Wir sind gerade beim Bahnhof angekommen und er muss hier Rektalabfall machen. So, wir haben gerade eingekauft und hier, und jetzt, das hier dort einführen und dann gleich Eis fressen. Und dann zu Fan-Treffen hinlaufen. So, wir sind jetzt bei diesem Treffpunkt angekommen und bzw. es hat gerade schon stattgefunden, das Fan-Treffen. Das ging nicht lange. Das Fan-Treffen ging von Nico aus. Da waren noch ganz viele jüngere Leute dabei gewesen. Genauso wie gestern wollte ich nicht so gerne in die Masse filmen, deswegen habe ich auch keine Aufnahmen gemacht. Guck mal. Das hier ist dieser, also da, wo diese ganzen Schiffe usw. dran gekettet sind. Hier, guck mal da. Seht ihr das? Das ist die Dreischäpperung. Ist echt geil. Deswegen habe ich mal einen roten Bier-Power-Formel gerade ausgezogen. Und, ähm, der hier, der sitzt da schon rum und, guck mal da ganz hinten. Äh, das ist dieses Bodensee oder wie das heißt. Wenn man nach da ganz hinten, äh, hinschaut, ähm, da sollte irgendwo die Zugspitze sein. Und, ja genau, ihr wisst schon Bescheid, dass ich da letztens diese Alpenbergwanderung gemacht habe mit Helmut. Und, äh, guck mal, da ganz hinten, äh, da klart so ein richtiger Vollfettberg, äh, auf. Die Wolken von dort da hinten, wo der Vollfettberg ist, die, sind weggegangen. He, der, der macht gerade mit seinem Kopf genau das, was ich vorhin im Brunnen mit dem Kopf gemacht habe. So, Dunkle ist gekommen, aber wir chillen trotzdem hier noch so ein bisschen rum. So, es ist so weit, wir haben hier rumgechillt. Und jetzt laufen wir dorthin wo wir heute pennen werden. Lichter mit, ääh, äh, Wasserspiegelung! Lichter mit, ääh, äh, äh, Wasserspiegelung! Lichter mit, äh, 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 Wasserspiegelung! Lichter mit, äh, 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 Wasserspiegelung! Wir haben jetzt mit dem dahin laufen gestartet und wir laufen jetzt zu diesem, ähivalen Schlördiat Puttinghode wir später pennen werden also genau da wo wir in der ersten nacht gepennt haben unter dieser schutzhitte wir sind hier am zielort angekommen oder zielstelle und zwar genau hier guck mal ihr kennt doch diese dies dach hier ne und er sitzt ja schon rum und genau das ist dass diese schutzhitte wo wir in der ersten nacht drunter gepennt haben und da werden wir heute auch noch mal drunter pennen weil es vielleicht drei minuten drei kilometer von vom bahnhof entfernt ist guten morgen wir wollen gerade vom nervigen wecker geweckt und wir haben keine vier stunden schlaf gehabt wir sind voll müde wir sind gestartet und hier liegt ein roller im weg genau ich bin jetzt gerade um diesen im weg liegenden roller drum rum gelaufen wir sind jetzt gerade beim bahnhof angekommen und wir haben schon bereits der fahrkarte gekauft und jetzt zugleis 4 hinlaufen und auf zugfahrten wir sind auf dem bahnsteig drauf und guck mal der zug ist gerade angekommen der wartet auf uns bis wir hier einsteigen wir sind in ulm angekommen jetzt umsteigen wir sind hier in donauwörth angekommen und jetzt noch ungefähr 47 minuten umsteigzeit ungefähr 47 minuten umsteigzeit guck mal unser zug der kommt hier an der kommt hier vorbei geschoben wir sind gerade in würzburg angekommen jetzt haben wir vielleicht eine rumsteigezeit habe ich vergessen aber ich glaube 45 minuten oder so wir sind jetzt am bahnhof angekommen jetzt haben wir vielleicht eine rumsteigezeit wir sind jetzt hier in neudietendorf angekommen hier vorne kommt dieser dieser zug hier angerollt der gegenüberliegende gleich jetzt reinfährt wo wir gleich ansteigen müssen und dann fahren wir nach göttingen wir sind im zug drin aber dieser zug ist total voll hier auf keinen platz und so wir müssen die ganze zeit rumstehen vielleicht eine halbe stunden bis nach göttingen wir sind in göttingen angekommen das hier ist eine umsteighaltestelle wir sind gerade lift gefahren und im anderen bahnsteig und hier unser zug da steht hier schon jetzt hier rein gehen wir sind gerade im zug eingestiegen und der ist losgefahren und jetzt noch eine halbe stunden ungefähr bis wir dann in hannover angekommen sind das ist unsere nächste umsteighaltestelle wir sind gerade in hannover angekommen und wir haben jetzt ungefähr fast eine ganze stunde umsteigzeit wir sind draußen und wir haben endlich diese diese mit mit den ganzen vielen virus und bakterien und würmer und milben und so weiter befallene der ist endlich befreit ist was die runter gefallen sind hier da sind zwar noch keine blasen vorhanden aber langsam dampf kommt und wir glauben dass das kann man so so bereits verspreisen und jetzt zum gleis hinlaufen start kommt wir sind jetzt ein zug drin und war ja klar dass der zug schon überfüllt ist das heißt ich sitze auf treppe wir sind in bremen angeschissen gekommen wir sind jetzt auf dem bahnsteig drauf wo sein zug gleich fährt mein zug der fährt auch gleich muss wiederholt werden müssen wir wiederholen schönen abend noch oder schönen Tag an alle ich bin gerade in bremen-seewaldsbrück angekommen und ich bin schon bereits aus dem bahnhof raus gelaufen aber ich wollte so schnell wie möglich diese diese nervige maske abziehen weil die hat mich den ganzen Tag so so sehr gestört gehabt dass ich keinen bock hatte irgendwie nochmal auf den bahnsteig zu filmen mit der maske aber genau ich werde jetzt mich auf die richtung nach hause im weg begehen das mache ich jetzt Leute ich bin in den Hauptbahnhof und ich werde jetzt nach dresden hinfahren ich bin im ECE drin und jetzt erstmal nach Hannover hinfahren das ist ein Umsteighaltestelle das ist auch die einzige Umsteighaltestelle bis nach Dresden und ich bin voll müde ich habe keine zwei Stunden geschlafen heute weil ich war den ganzen Tag nur am Videoschnitt gewesen also ich bin Hannover Hauptbahnhof angekommen und jetzt wird es zum Umsteiggleis hinlaufen ich habe den Bahnsteig gewechselt und hier mein Zug der wartet schon auf mich ich werde da jetzt gleich reingehen und ich fühle mich heute voll geredet als ob meine ganzen Gehirnzellen total eingefroren sind und sowas das hier das heißt Mettbrötchen und ich habe zwei Stück davon gekauft als ich noch in Bremen war ganz spontan und flüchtig zum unterwegs fressen aber ich versuche jetzt eine Runde einzuschlafen so ich habe die letzten fast zwei Stunden die ganze Zeit in den Augen zu gehabt aber ich habe es kein einziges geschafft so richtig einzupennen das ist voll scheiße das heißt ich werde voll müde und geredet und Gehirnzellen eingefrostet in Dresden angekommen so ich bin in Dresden angekommen hier guck mal hier vorne steht Dresden Hauptbahnhof ich bin aus dem Bahnhof ausgelaufen und ich habe den Schänder getroffen und ähm und ähm und ähm den Helmut und ähm ein ähm Kollegen von Schänder jetzt wird Glühwein gebraten wir haben jetzt schon ein paar Leute angesprochen die vorbeigelogen sind aber großzügige Urin Geräusche das ist eine Hautkrankheit und hier es breitet sich aus wir sind ein Stück weitergelaufen wir haben hier eine Holzhütte gefunden und jetzt suchen wir Holz Lass mal deine heiße Wurst Jungen dass du wieder weg wirst hast du jetzt geäxt? Junge geh ist doch heiß ich habe mir meine Zunge verbrannt das ist ja gar nicht voller Fähne warte mal warte mal lass ich nochmal füllen so das hat ein bisschen weh getan aber ne noch nie noch nie noch nie so die Wurst haben wir mit einem Feuerzeug etwas angegurgelt ich habe mir mein Natururin hat seine Zunge verbrannt das ist Helmuts Gesicht ja ich bin eine richtige Bazille das Feuer brennt dieses Hähnchenfleisch wird gebraten Anus rektalisiert Analkräfte wir haben heute ein Beschädigungsamt gemacht und der Schänder ist vorhanden aber der Schänder der geht jetzt nach Hose Kampf! ohne einen freien Kampf hmmm hmm olmm hmmm guten Morgen wir sind aufgewacht und äh wir müssen hier weg der Waldchef will das so oder ich bin voll müde also richtig so sachen sind gepackt und jetzt laufen wir zu flötenmann sind gleich schon wieder in dresden angekommen wild schweine wir sind in dresden angekommen leute ich möchte euch jetzt ein tutorial geben wie man hemorrhoiden bekommt ich habe euch gerade beigebracht wie man hemorrhoiden bekommt jetzt wird glühwein gebraten geworst bist du heiß ich habe meine zunge verbrannt langsam immer mehr bläsen kommen und die nudeln die sehen immer stärker fertig aus wie man kopf sieht so gehirnzellen auch heraus gespritzt aus helmut hat die ganzen nudeln hier fallen lassen so bei helmut beim abgießen nun fallen gelassen hat und diese diese restnudeln hier nicht ganz ausreichend ist jetzt helmut zu netto gehen gegangen um neue nudeln zu holen ja helmut ist wieder zurück und dann hat hier die nudeln mitgebracht dieses mal hat helmut die nudeln nicht fallen gelassen so die essen ist fertig wir haben gerade gegessen hat ein bisschen gülüwein getrunken und bier und jetzt laufen wir zu keine ahnung stadtmitte oder sowas zur nächsten straßenbahn haltestelle um dort mit der straßenbahn weiter zu fahren wir haben unsere sachen im schließfach eingesperrt und tragen jetzt diese leichten taschen hier weil wir laufen nee wir fahren gleich nach dorthin wo wir hinfahren unser bus ist angekommen und wir werden jetzt gleich dorthin fahren wo wir gleich hinfahren werden wir sind gerade bus gefahren und wir sind jetzt hier in dieser haltestelle angekommen und wir sind da ausgestiegen und jetzt laufen wir dort zu dorthin wo wir gleich hinlaufen werden kurzbalken 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 noch mehr holzbalken kurzbalken so wir sind dort hingelaufen wo wir hingelaufen sind und wir haben flötenmann gefunden der ist uns begegnet hallo und wir werden wir werden zusammen gleich fleisch essen dass das fleisch hier vorne das war hier drauf das ist von helmut und das werden wir uns gleich so richtig in uns rein machen friessen ist fertig natur urin hat einen neuen abonnenten natur urin flötenmann hat mich abonniert natur urin wunderschönen flötenmann muss wieder wieder zurück ich habe mich gefreut ich kennengelernt haben war schön wir sehen uns bei der zugspitzwanderung auf jeden fall wir haben gerade hier herum gesessen und jetzt gelaufen wir zur nächsten bushaltestelle oder ja genau bushaltestelle und dann fahren wir wieder zurück zum bahnhof um unsere sachen zu holen bier power so der bus ist angekommen und jetzt steigen wir hier ein so wir sind den bahnhof angekommen und jetzt werden wir sachen abholen wir sind jetzt an den schließfächern und jetzt sachen heraus holen so hier helmut macht schon wieder fressen die dieser steak oder was wie das heißt ranzsteak aus dem discounter gibt's und genau dieser fleisch der wird gleich so richtig gekocht so jetzt wird es ranzige rinderfilet steak vom discounter verspeist und mal anschneiden ob es irgendwie was geworden ist naja du perfekt für reizdarm das ist unser armbrot fressen ich bin ein richtiger herpes wir haben hier einen schlafplatz gefunden und ich habe hier hier mein schlafplatz hier hingestellt und darauf dass wir unser schlafplatz hier in dieser an dieser stadtmauer hier vorne mit den anfängerspuren da gefunden haben und hier überall drauf liegt und wir darauf schlafen werden heute ich werde euch erst mal ein anderses bier trinken ein gute nachtbier geprost guten morgen wir sind wach so die sachen sind gepackt und wir laufen jetzt zum bahnhof ich glaube helmut möchte gleich fressen machen helmut kocht nudelsoße wird gebraten helmut hat die nudelsoße gemacht und noch zehn minuten und dann müssen wir hier zum gleis hin laufen und das genau das machen wir jetzt guck mal unser ranziger zug kommt hier vorbei gerollt wir werden da jetzt einsteigen so sieht die fertige nudelsoße aus frühstück ist fertig so ich bin leipzig hauptbahnhof angekommen also meine umsteig haltestelle und ich habe ungefähr keine ahnung 25 minuten umsteigzeit und hier hier vorne steht man zug schon so ich bin in bremen angekommen und mal gucken wie ich nach hause fahre entweder entweder mit oder mit fuß oder mit straßen fahrt oder so ich bin ich bin ein gleis weitergelaufen mal guck mal dieser zug hier vorne der kommt jetzt schon hier an und der fährt nach bremen-seewaldsbrück und deswegen werde ich hier einsteigen so ich bin in bremen-seewaldsbrück angekommen und jetzt gelaufe ich nach hause ich bin auf dem bremen hauptbahnhof und heute hier zum daner felsenland hinfahren warte guck mal marv kommt hier vor euch hier der kommt mit diesem schmierzug da werden wir heute einsteigen jetzt da wir sind hier an diesem zug drin und guck mal aber ich bin von müde ich habe schon wieder letzte nacht viel zu wenig geschlafen gehabt guck mal da hinten ist berglandschaft da hinten ist noch mehr berglandschaft da hinten ist auch berglandschaft wir sind um 7.44 von bremen abgefahren und sollten 13 21 ankommen ich brich 5 stunden und 37 minuten laut diesem fahrplan aber dieser zug hat leichte verspätung das heißt wir kommen paar minuten verspätet an guck mal da drüben ist berglandschaft da drüben ist auch berglandschaft da drüben ist noch mehr berglandschaft da hinten da ist auch berglandschaft da drüben ist ganz viel berglandschaft berglandschaft guck mal hier vorne sind voll viel dieser voll alte wagons und locks und so was heute bahnmuseum ist das guck mal wir sind bei diesen mannheim angekommen mannheim hauptbahnhof wir sind jetzt in mannheim reingelaufen und hier wir haben wir haben helmut gefunden wir sind jetzt hier aber diesen rewe angekommen und jetzt wenn wir bier und noch mehr sachen kaufen gehen scheiße hier marwin seine halterung vom mikrofon ist kaputt gegangen wir sind am bahnhof und hier der zug ist angekommen helmut holt noch parkarten oder steigen wir hier ein unser nächster zug ist angekommen wir steigen jetzt hier ein ach so diese ortschaft wo wir jetzt gerade umgestiegen sind heißt neustadt und jetzt fahren wir nach dahin wohin fahren wir sind gerade hier in landau umgestiegen genau das ist unsere umsteige haltestelle und der nächste umsteig bus der ist gerade weggefahren und deswegen müssen wir eine ganze stunde hier warten wo ist es angekommen wir gehen jetzt da rein so wir sitzen jetzt hier in diesem bus drin und der alkohol ist fertig mein geluft hier weiter und so weiter die ganzen berge hoch das machen wir jetzt gerade hier guck mal wir sind hier in so einer feuerkuhle und und wir werden wir werden wir werden heute hier hier pennen glaube ich burgruine heißt das euch gleich wenn wenn helmut das zersägt hat also vollständig dann machen wir das hobo an kurz knorchen geworfen genau jetzt wird wurde hier feuer hinzugegeben hier in diesem plastik die metall dinge da sind kartoffeln drin jetzt geht es richtig los das ist voll geil das schmeckt voll cool das ist richtig geil ich mag das das schmeckt voll lecker das schmeckt voll lecker das schmeckt voll lecker das schmeckt voll lecker denn wie schnell da da und Als und dann so von gestern ist das ganze wasser verbrannt das heißt wir haben gar kein wasser mehr wir packen jetzt ein und gehen zur nächsten ortschaft da sollte es voraussichtlich keine geschäfte geben aber vielleicht so was wie eine pizzeria oder sowas wo wasser bekommen könnten vielleicht und ich habe jetzt richtig durst ich hätte richtig bock auf spagetti bulugnese das wollte ich gerade machen und auf kaffee und und ich habe auch bock darauf zähne zu putzen ohne wasser was heißt das nicht möglich ist voll scheiße jetzt müssen wir diesen schweren wagen genauso wie die anderen wagen hier runter schleppen und hier ist auch noch mehr treppe treppe und sowas und wenn wir oder ganz unten angekommen sind dann sind da hinten noch mehr treppen bis da ganz unten hin da wo ja da müssen wir die ganzen wegen runter tragen ja da oben da haben wir gepennt so langsam dunkle kommt und wir sind auf der suche nach hier zu dieser nächsten ort schafft da wo vielleicht wasser gibt wir aber eine kirche gefunden und es könnte sein dass hier vielleicht beim friedhof oder so wasser sein könnte das was echt fertig kein wasser zu haben wasser gefunden endlich das tut gut jetzt suchen wir nach dieser pizzeria hier sollte eine pizzeria sein dort werden wir ja steckt man noch mehr wasser kaufen oder sowas und ich will auf jeden fall eine pizza fressen so schöne thunfischpizza ich habe hunger scheiße sind hier vor der pizzeria und jetzt geschlossen die hat so und ich habe mich die ganze zeit so derbe auf pizza gefreut scheiße ich habe voll hunger irgendwie ja ich habe eben gerade eine gefragt gehabt ob hier irgendwo ein imbiss offen steht oder so und da gibt es kein imbiss was hier offen ist aber die hatte mir ein bisschen wasser gegeben und knäckebrot also ich habe einstrich und ich glaube so eine soße oder sowas es war ganz nett gewesen jetzt laufen wir dorthin wo marvin navigiert hat vielleicht finden wir dort einen fennplatz wir laufen durch so ein waldstück durch und guckt mal hier geht das tief runter und sowas aber ich bin gerade so ein bisschen weggerutscht ich bin da fast war ein wagen runtergefallen richtig geil guck mal wir haben hier einen pen platz gefunden das war hier hier das hier das ist alles felsen und sowas so wir besitzen jetzt hier rum wir haben bereits schon schlafplatz aufgebaut läuft und wir kochen eine runde es bewegt sich das sieht das wasser sieht genauso fertig aus über den kopf also bereits genug doch jetzt diese spagetti rein zu machen so friessen ist fertig ja passt da mit bolognese kommt immer gut ist richtig geil aber jetzt ja jetzt können wir hier unter diesen diesen felsen guten morgen ich habe hier geschlafen hier hat marwin geschlafen und hier hat helmut geschlafen und hier ist frühstück dankeschön helmut hat essen verloren er hat sich hier drauf gesetzt und dann ist nach hinten gefallen und und dann ist das essen hier ausgelaufen das heißt er kocht jetzt der nudeln neu wir gehen jetzt nach da oben hoch hin zu diesem gipfel von diesen fels da damit wir von da oben runter gucken können ein falscher schritt oder sowas und dann fällt man fällt man mit dem kopf ganz weit runter und ja wir müssen da da oben drauf ja ja hier da oben ist dieser kreuz das hier wo ich hier dieser dieser kreuz ist das ist dieser wie heißt das ding das ist dieser höchste punkt von von diesen berg und da ganz hinten ich habe keine ahnung ob ihr das seht aber da ganz hinten haben wir gestern gepinnt und da unten die da wo diese häuser sind das ist dieser ortschaft wo wir gestern lang gelaufen sind das ist diese ortschaft wo es doch nicht mal einkaufsleben gibt noch nicht mal biergeschäfte oder sowas und weil wir jetzt schon wieder kein wasser haben werden wir gleich wenn wir hier runter gelaufen sind von diesem berg werden wir auf jeden fall gleich erstmal da runter laufen und da werden wir wasser auffüllen jetzt runter laufen ja ja hier ein falscher tritt und dann fällt man hier ganz weit runter und dann fällt man da ganz ganz tief auf den kopf drauf und sobald man das geschafft hat das war ein ganz tief mit dem kopf da runter fällt dann spritzen die ganzen gehirnzellen aus den ohren und aus der nase und aus den augen raus und dann wird das da unten verteilt mit den gehirnzellen und dann kann kann dieser berg noch stärker wachsen weil wegen mehr gedanken gut guck mal marwin ja der da der bestimmt schon ganz viel scheiße in sein leben gefressen da bestimmt so einiges wir sind jetzt gerade hier in dieser ortschaft drin und wir laufen jetzt zum friedhof um hier diese wasserflaschen aufzufüllen guck mal dieser berg da vorne da oben mit diesem kreuz drauf dieser stein da waren wir heute vorhin drauf gewesen sind jetzt hier beim friedhof angekommen jetzt erstmal wasser holen wir fahren und wir fahren mit bus wir sind hier in reichenbach und das hier das ist eine umsteighaltestelle unser bus kommt hier vorbei geschoben jetzt hier einsteigen wir sind dann angekommen in dieser ortschaft und da ganz hinten da ist edeka wir sind hier bei edeka und jetzt bier und noch mehr sachen kaufen gehen endlich wieder bier trinken ja unser bus ist angekommen jetzt dort einsteigen wir sind umgestiegen wir sind hier in pirmasens oder wie das heißt und gleich steigen wir im zugein wenn da irgendwann angerollt kommt unser zug steht hier schon jetzt sind wir am zug drin sind hier in kausaslautern angek... wir sind hier in kausaslautern angekommen wir sind hier in kausaslautern angekommen unser zug ist da wir sind in mannheim angekommen jetzt laufen wir nach mannheim rein ja ich habe mir gerade so ein so ein zwei euro bürger geholt wir sind bei dieses rewe angekommen und jetzt werden wir bier und noch mehr sachen kaufen gehen wir sitzen wir sind ein bisschen weiter gelaufen und wir sitzen jetzt hier rum und jetzt warten wir auf helmut und der kommt jetzt gleich ich glaube da ganz hinten wo dieser licht ist im fahrrad licht ist da kommt helmut hier herbeigefahren mit den dünners und jetzt prüfen wie dieser dünner schmeckt dünner ist aufgegessen und und das hat irgendwie so durchschnittlich geschmeckt ja ja so wir laufen jetzt durch mannheim durch ähm und ähm suchen einen geeigneten field camp zeltplatz in meinem mannheim und äh hier hier ich habe so einen richtigen voll fett loch reingemacht da ist auch meine wasserflasche irgendwie rausgefallen weil ich wieder aufgehoben habe aber genau das läuft gut das ist richtig geil so wir sind jetzt gerade hier in so einem unterstand und zwar das hier das hat hier am boden und das hat hier ein dach und äh das ist ähm so ziemlich in der hier hier in mannheim direkt beim schloss irgendwie so in der nähe auch relativ relativ zentrum da hat uns helmut her geführt zum pennen und ähm direkt an meiner straße hier ist die helmut-pol-straße genau und runterhaube nach ja auf jeden Fall ja ja es war auf jeden Fall cool gewesen jo Marvin hängt hier rum und ich habe meine ähm ähm genau hier hingepackt auf dem boden auf diesen dreckigen oder ja es war nicht so dreckig ne eigentlich nicht das ist ein boden heißt das da habe ich das drauf gelegt meinen schlafplatz worauf ich heute pennen werde auferstanden wir haben jetzt keine Ahnung ähm 20 vor 6 oder so und wir müssen spätestens 20 Minuten äh alles eingepackt haben und dann zum Bahnhof hinlaufen so wir sind jetzt richtig aufgewacht ähm wir haben hier Sachen gepackt äh komplett und Marvin auch und jetzt zum Bahnhof hinlaufen Start kommt ich bin voll müde äh wir sind jetzt auf dem Bahnhof drauf und ähm hier ist ein ein Koffeingeschäft wir werden hier Kaffee kaufen wir haben Koffein gekauft und jetzt fahren wir zum ähm jetzt jetzt zu unserem Gleis hinlaufen ähm unser Zug der wartet schon auf uns jetzt hier einsteigen äh so hier diese Rückfahrt die ist anders als die Hinfahrt mit der Rückfahrt ähm da müssen wir in Hildesheim umsteigen äh und in Hannover bevor wir in Bremen angekommen sind die Rückfahrt die dauert insgesamt laut Plan 5 Stunden und 7 Minuten ähm und äh guck mal wir sind jetzt gerade hier an diesen ECE drin also dieser Zug der schneller ist als mein Kopf also als meine Gehirnzellen denken können ähm das ist ein Bierzug aber die anderen beiden das sind keine Bierzüge das heißt es muss gleich genutzt werden erst mal einen guten Morgenbier das ist ein von mir entworfener Lifehack das in Bierzügen wenn man das nutzt dass die Zugfahrt schneller geht kennt ihr das? wenn das hier so ein bisschen benutzt ist und dieses Gefladdere von hier unten ähm da sind so ein paar Fäden auf und die Kitzeln dann in der Nase das ist voll unangenehm das mag ich nicht wir sind äh in Hildesheim angekommen das ist unsere Umsteighaltestelle guck mal äh hier unser Zug der kommt hier angerollt wir sind im ERIX drin und ich muss ganz direkt Urin machen und diese diese einzige Zugtoilette die ist geschlossen wir sind in Hannover angekommen und ähm jetzt ähm Umsteigzug rufen wir sind eingestiegen und äh jetzt begehe ich mich auf äh Toilettensuche ich habe gerade erfolgreich Urin gemacht so wir sind in äh Bremen angekommen ähm die Bahnfahrt ging einigermaßen auf der Länge her aber trotzdem sieht mein dreckiger Badstum gleich so richtig schmierig und schmalzig aus als wenn er äh wenn das mit ganz viel äh Tier Sperma befüllt ist was dann irgendwie versucht irgendwie gerade zu wachsen so fühlt sich das an ich bin gerade von Hauptbahnhof rausgestiegen und äh hier guck mal wer ist hier Moin 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 der Riese wir werden heute hier Teutoburger Wald wandern äh wir werden hier erstmal hier über die Edeka Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen Eindringen wir sind drinnen und jetzt fahren wir bis nach Hannover ich habe heute wenig geschlafen weil ich hab ähm schon viel zu lange am Schnitt gesessen ich musste was fertig machen aber ich habe es nicht fertig bekommen und das riegt mich total auf wir sind in Hannover angekommen so wir sind draußen und ähm ähm weil den brauche ich sowieso nicht mehr da habe ich diesen Stoff rausgenommen und den hier dran genäht hier habe ich dazu genäht diesen diesen Riss und wisst ihr warum das hier aufgerissen war? weil das der billigste Tracking Rucksack von ganz Amazon ähm zu dieser Zeit war und das genau nur aus diesem Grund ist das aufgerissen und und sonst äh keinen anderen Grund so etwas was spät ist mein Bruder angekommen genau und ähm und hier der hat langsam etwas Content auf seinen Kanal gebracht was Plays, Videos, Wanderung, Fahrradturen also was Automäßiges also was Automäßiges und der Zug kommt an ähm dieser Zug das ist ein Bierzug die nächste Station passt das ist richtig gut das heißt das heißt das heißt die die Bahnfahrt dauert nicht so lang die kommt einem nicht so lange vor die Ausstieg ja komm das eilt boah das riecht hier boah boah das riecht hier nach Urin hier sind ganz viele Urin Geruche geruchen boah jetzt geht mein Maske runter dafür sind Maske gut boah das hat ein wunderschöner Geruch ey das ist richtig geil ja der Bus den erwischen wir glaube ich wir sind in äh Rinteln angekommen das ist diese Ortschaft wo wir hier diesen Teutoburger äh Wald sind so ungefähr und hier ähm ähm Losgeh Ortschaft wir laufen jetzt ähm hier durch ähm dieses Rinteln durch ähm nach dorthin wo uns ähm mein Bruder navigiert hat glaube ich boah scheiße das sieht man nicht so gut ich hab kein Licht an hier dieser Rad von Nico ist ähm hier abgefallen erste Meil richtig geil das fängt schon mal gut an das fängt schon mal gut an Bier Power das ist abgegangen und das ist nicht das erste Mal ich hab ein Rad ab Nico hat ein Rad ab ist geil hast du toll gemacht super ich bin stolz auf dich das ist gerollt das ist geil verranzt die richtige billige äh Trolli Sackgache ich bin sehr gespannt drauf ob die gleich ähm bald hier von der Seite hier raus gespritzt kommen und ähm und gegen unsere Augen und Nasen und ähm und ähm Lippen und sowas mit der mit der Schnabel da dran beißen hier wir laufen so langsam in äh ähm wie heißt das nochmal genau Bundesland heißt das äh Nordrhein-Westfalen-Rhein guck mal wir haben da drüben da drüben da ist ein Lost Place das nehmen wir jetzt mit auf diese Wanderung so jetzt ähm Lost Place Erkundung ähm ist beendet und jetzt weiter zu gelaufen guck mal äh hier ist ein Schild äh wo drauf steht dass die nächsten zwei Kilometer äh ganz viele Viecher mit äh Hörner dran rumspringen könnten äh ich habe keine Ahnung ob ihr das seht aber Hauptsache ich sehe das dass ich mich in die Fresse blende und ähm ich wollte euch etwas zeigen und zwar guck mal nachdem wir eine ganze halbe Stunde dafür gebraucht hatten um eine Schutzhütte zu finden aber jetzt eine gefunden genau diese hier die ist voll egal und äh da werden wir heute drin pennen hu aber jetzt warten bis gleich Blasen kommen so die Nudeln sie sind ähm fertig gebacken das ist geil voll cool abend fressen ich mag das und ich habe da als Zusatz auch noch Thunfisch drauf gepackt ich habe ja noch eine Thunfisch Dose gehört und der guck mal hier hier dieser Nico der liegt hier rum wie die letzte Made liegt er hier rum wie so eine richtige die richtig ausgewachsen ist so eine Made ja schmandblasen die gehören zu Nico er muss das hier machen guck mal dieser Glühwein der ist kurz davor irgendwie rum zu kochen das heißt der ist fertig das ist voll geil ja abends bei kalten Wetter Glühwein zu trinken ist geil wir sind wach gleich kommt morgen Ritual es beginnt sieht richtig geil aus hier ich brauche mal eine Tasse ich habe Zucker schon reingemacht und äh oh scheiße diese Kaffeesahne ist schlecht die ist nicht mehr flüssig die ist so richtig ähm hier so eine harte Pasta ist das das ist richtig widerlich Scheiße ich muss das ähm wegschmeißen ich weiß nicht ich kann grund sagen wir sind gestartet jetzt laufen wir nach keine ahnung wohin genau da laufen wir jetzt hin guck mal wir brauchen dann müll einmal weil hier dieser diese mal müll sagt er ist richtig voll fett und überfüllt mit ganz viel fett dran und hier das ding hier ist schon abgerissen das heißt das heißt es kann sehr gut sein ich bin sehr sehr gespannt drauf was das hier runter fällt mit die ganzen leeren bierflaschen und noch mehr sachen die da drin sind das fängt schon mal gut an hast du toll gemacht richtig geil wir haben uns überlegt dass wir das anders machen guck mal weil hier ist grüner fahrt und grüner fahrt ist ein richtiger weg mit schwierigkeit wo man ganz schnell mit dem wagen in den fluss da rein fallen kann und weil dieser grüne fahrt einfach nur so keine ahnung so ein umkreis ist wo man einmal um kreis läuft und man sowieso da drüben wo die straße ist sich irgendwie begegnen tut haben wir uns so überlegt dass das dennis und und nico das hier laufen aber aber ich halt nicht weil mein wagen zu fett ist und deswegen treffen wir uns da drüben gleich wenn ihr wieder zurückgekommen sind und ich warte jetzt bis die hier von dort richtig schmierig her gelaufen kommen ich habe hier mein stuhl rausgepackt und chill ja von runde bier trinken drum ich habe gerade mal ein bier ausgetrunken und ich warte immer noch hier rum bis die angekommen sind die sind irgendwie immer noch nicht da die brauchen etwas länger als wie ich ungefähr geschätzt hatte nico hat mich gerade angerufen und die sind doch einen anderen weg gelaufen das heißt ich habe hier die ganze umsonst gewartet und die haben gesagt dass die irgendwo weiter da hinten sind also da wo da hinten da ist irgendwie feldlandschaft und dass die sich da irgendwo befinden sollten also werde ich jetzt dorthin gehen und sie suchen gehen wir haben uns immer noch nicht gefunden also sprich wir suchen uns immer noch und nico hat mich gerade angerufen gehabt wo ich jetzt gerade ungefähr bin und ich habe gesagt dass ich jetzt da bin wo hier dieser einen windrad hier still steht ich bin immer noch am warten die haben mich immer noch nicht gefunden die haben mich gefunden guck mal und hier dieser dieser nico der läuft hier auch schon rum langsam immer mehr dunkle kommt das heißt ich muss schon wieder hier meine versüfte kopflampe anmachen um uns hier diesen weg hier anzuleuchten ich habe da hinten geräusche gehört es waren zögel ja hähnchen geräusche hast du richtig toll gemacht wundervoll bier power so ich habe jetzt diesen ganzen müll hier reingestopft bekommen und die ganzen leeren bierflaschen hier hingelegt jetzt muss ich diesen nervigen müllsack die ganze zeit nicht mehr ertragen das ist richtig geil endlich es wird zeit das wird richtig zeit der hat mich den ganzen tag genervt und wir sind auf der suche nach einem einkaufsladen oder 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 ein land wo man essen kann wir haben almena gefunden da sollte griechenland restaurant sein dort wir haben die ganze zeit nach diesen griechenland restaurant gesucht und jetzt stehen wir hier vor und hier auf diesen schild steht drauf dass er nur mittwoch bis samstag und sonntag offen hat wir haben heute dienstag das heißt der hat heute geschlossen wir sind vollkommen umsonst hier gelaufen wir gelaufen jetzt aus dieser ortschaft raus weil diese ortschaft außer dieser verschlossene griechenland restaurant sonst keine andere imbisse hat und jetzt laufen wir irgendwie nach diese richtung also da wo was hier drauf steht diese richtung laufen wir lang also genau nach da lang wir haben diese ortschaft erreicht wo wir durchlaufen wollten und diese ortschaft weil wir sehen da drüben vielleicht nur zwei drei häuser oder so und das war es auch schon und sonst nichts das heißt wir glauben nicht daran dass diese ortschaft irgendeinen imbiss hat oder sowas und wir laufen jetzt hier durch da wo was hier oben drauf steht nach da lang genau nach diese richtung laufen wir die ganze zeit durch das genau so machen wir wir haben lüdenhausen gefunden mal gucken ob diese diese ortschaft hier imbisse oder sowas hat das ist ja voll cool damit wir unser hunger hier eine runde stillen können und diese ortschaft hier die scheint irgendwie so auszusehen als ob die keine keine imbisse hat wir haben hier eine bus haltestelle gefunden und weil wir das wir haben schon elf uhr oder so und wir haben uns überlegt dass wir hier in dieser bus haltestelle heute pennen werden aber bevor wir pennen gehen werden wir erstmal fressen machen und jetzt abwarten bis die nudeln hier weich genug sind dass die fräst bereit sind ich finde es gar nicht so schlecht dass mit dieser soße drauf bisschen anders als gestern jetzt folgt wo ich mag das hier auf den top von meinem bruder haben wir jetzt glühwein reingemacht und der ist fast fertig ja glühwein bei kalten wetter draußen zu trinken ist geil guck mal hier hier eine voll fett spinne die ist richtig geil die können sie kann sogar beißen die sommer hier die sommer verschwinden die sommer weggehen ich glaube mich wird sie am ehesten ja 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 die ist weggelaufen so ungefähr ja ist doch geil wenn die hier rumläuft können wir vielleicht läuft die läuft die auch in unseren mund rein gute nach bis morgen guten morgen wir sind auferstanden oder nicht ganz wir wollen wir wollen weg und zwar erstens von ein paar leuten die hier zum bus in laufen sind sie haben dann hier gewartet aber die konnten hier nicht rein weil wir sind hier wir haben hier gepennt und eben gerade kam und eben gerade kam die polizei hier vorbei und hat uns nach ausweisen gefragt und was wir hier machen und die waren auf jeden fall ganz freundlich gewesen und ja also keine wie heißt das ding also wir wollen jetzt nicht weggeschickt oder so aber wir werden jetzt trotzdem so langsam zusammenpacken und aber kaffee machen ganz in ruhe und dann und dann weiter zu gelaufen koffein ist fertig ja kann ich jedes mal immer wieder erneut sagen kaffee draußen oder in natur zu saufen ist geil das ist wasser von nico er möchte für sich hier frühstück machen und jetzt einmal recht umrühren dann fünf minuten warten und dann fertig oh scheiße das hier das ist der letzte rest wasser was ich noch hier habe das heißt wenn wir jetzt gleich starten müssen wir unbedingt irgendwas finden wo man wasser her bekommt wir sind gestartet jetzt laufen wir nach richtung klemgo guck mal hier wir laufen durch so ein gebiet wo hier diese viecher mit den hörnern auf dem kopf drauf rumlaufen ich bin sehr gespannt darauf ob die gleich von der seite kommen und und uns irgendwie mit diesen hörnern beschädigen tun ja hier laufen ganz viele nervige fahrzeuge rum die stören irgendwie oder es geht eigentlich aber trotzdem stören die die müssen hier weg die müssen hier richtig weg die sollen uns in ruhe lassen diese fahrzeuge guck mal hier vorne geht kurviger bergab und genau da wo der bus hier lang fährt da müssen wir jetzt auch lang dieser bus der hat uns nämlich eben gerade genervt der ist eben gerade hier durch die kurve gefahren wir laufen jetzt nicht mehr diese nervige straße mit den fahrzeugen und sowas die uns die ganze zeit nerven ohne fußweg sondern hier wir laufen jetzt nach da lang weil da steht drauf 5,7 kilometer bis lemgo nico hat schon wieder ein rad ab wir sind gleich in lemgo angekommen wisst ihr warum weil wir das ortsschild schon sehen guck mal da drüben da steht lemgo drauf wir haben lemgo erreicht erfolgreich er hat schon wieder blasen ist schon seit gestern abend oder so der hat schon wieder blasen im fuß aber diesmal tust dich weh also nicht so das geht voll für diesmal die sind nicht so dick wie letztes mal ja dann dann mach mal dann mach die mal richtig fett die sollen die sollen raus da soll flüssigkeit raus spritzen so wie so eine ausgedrückte pickel das muss das muss richtig fließen da muss richtig fluss rein ein see in der socke guck mal wir haben hier einen friedhof gefunden und friedhof hat normalerweise sauberes wasser das heißt wir werden hier friedhofs wasser trinken das wasser wird aufgefüllt wir haben hier zu gefunden hier werden wir erstmal eine runde einkaufen gehen wir haben eingekauft wir haben alle sachen eingepackt und jetzt weiter zu gelaufen so nach richtung nächster dönerladen oder so wir haben hier vorne einen dönerladen gefunden und jetzt werden wir erstmal eine runde döner kaufen gehen so wir haben bestellt ähm nico hat sich einen vegetarischen döner geholt ähm mein bruder hat ähm Pommedöner geholt und ich hatte ich hatte irgendwie Bock drauf auf Cheeseburger mit Pommes und jetzt laufen wir äh damit zum Bahnhof oder so und werden wir und dort werden wir fressen toll zu den Pommes habe ich Mayonnaise bestellt und das haben sie nicht reingepackt voll scheiße die Pommes die haben naja geht so geschmeckt so weiß ich auch nicht so also gut ich habe schon mal Pommes gegessen die noch viel viel beschissener geschmeckt haben aber die waren irgendwie so ein bisschen lasch gewesen und dann guck mal hier haben wir einen Cheeseburger der sieht richtig billig aus mit schwarzen Flecken da drauf und hier das sieht so zusammengepuncht aus irgendwie als ob das so ein richtiger billig Cheeseburger Hersteller wäre diesen werde ich jetzt probieren das schmeckt geht so aber ich habe es mir ein bisschen schlechter vorgestellt wie das da ausgesehen hat aber trotzdem das schmeckt geht so lecker wir sind drin wir sind in Bielefeld angekommen ja der Zug der steht hier schon und 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 er wartet auf uns jetzt hier jetzt werden wir hier einbringen so wir sind hier in Umsteigbahnhof Hannover angekommen der Reizweg ist zu von Branden dran geschoben jetzt werden wir wieder einsteigen und erst mal nach Bremen hinfahren wir sind in Bremen Hauptbahnhof angekommen und wir laufen jetzt zu seinen Gleisen wir sind gerade hier auf diesem Bahnsteig wo sein Zug gleich fährt und ich schenke ihnen hier mein Wurfzelt den ich sonst noch benutze ich habe jetzt Gleis gewechselt ich bin jetzt bei meinem Gleis und hier der Zug der kommt hier schon angerollt ich werde hier einsteigen und jetzt nach Bremen Seewaldsbrück fahren ich bin in Bremen Seewaldsbrück angekommen und jetzt werde ich von hier aus nach Hause laufen ich wollte noch ein paar letzte Worte von mir ausscheiden bevor hier Abschlussworte und zwar ich bin gerade am fräsen und jetzt hinter Andreas dem accelerate ich bin absolut